ja 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 wir machen ein WM Special zur Weltmeisterschaft 2014 und ich würde sagen das guckte ich einfach mal an Merk und ich war mir die Probe machen weil das wird recht lang und ich werde auch schon in der Rundfunk und auch schon wieder Hamburg landen ja ich tue da geht Schnellschwein und alles und dann muss ich sagen Schüls die Höhle verkleinert werden wie das wieder und so und allo sowas und wir sagen ja Schüls bis gleich in den Videos mit Duim und Springmaster hoffen zu dem Special der Fußball WM 2014 und wir haben einen Multiplayer Special im Mist genau ich habe hier bei Ebay genau und das ist so ein schlechter Service na kommst du hoch mein lieber doch jetzt komm ich ey du sollst da nicht hoch hallo du sollst nicht hoch sonst kommt Papi mit dir Pierschwerd ok ich hab jetzt hier unten was ist das denn Spusti? komm her hast du ne Argel? natürlich hab ich ne Argel warte mal bitte ey du hast auch einen Diaschlag ne? ja ich hab auch einen Diaschlag aber lass uns mal bitte lass uns mal bitte oh mein Gott ich bin ja auch gerade im ich bin durchgegangen nur weil ich da ich baue immer mein Haus aus hä ich baue doch gerade das Haus ja ich baue auch ein Haus aber das ist unser nächstes Haus du meinst du? damit wir geschützt sind vor hä äh greifen sie nach Willen an die Zombies oder? nur wenn du die anleihst nein greifen welche die Pigment Zombies ja die greifen nur an wenn du die anleihst letzter wird und da haben die gegründet ich bin keine wir haben keine Monster an Gaskreisen anwenden oh man wie sagst du ich bin schon das ist ein blödes Creschen kann sein und gott wir nehmen ja immer noch auf wenn ihr mal aufstellen wollte danach jetzt auf hause ich stehe die ganze zeit und da hatte ich mich schon so gesehen ich hab sie nicht angehauen ich hab dich ich hab sie hier eingebaut warte habe ich den dd nein das ist netherrack lass mal bitte ich baue hier mal bitte ich baue mich ich baue den netherrack ab ich baue den netherrack ab das mache ich wo ist dein haus das sind nur zwei schichten ach hier hast du denn wo sind du alles in der kurzen zeit es war zwei keine kurze zeit es war lange zeit ach da bist du so papa gibt dir jetzt einen nur eins nur eins naja au ich hab dir gesagt nur ein mann ich hab dich nur ein mal ich hab dich nur einmal frieden au ich halte auf den frieden oh Gott oh waaaa bettel oaah waaaaah 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 du bist so dumm hhahaha hör mal auf petter ist sack ok wir wollen ich hau dich nach oben Ich hau dich am Alter, wenn du mich so fort aufhörst. Okay! Ich sag Frieden! Okay, Frieden! Halt jetzt mal! Okay, wir sagen, wir machen jetzt Frieden. Ich geh mal in diese komische Lederfassung oder was. Hä, wo willst du? Wo willst du? Komm einfach mit in der schöne Lederfassung. Warte mal! Glaston! Kann man Glaston was haben? Wo ist denn das Lederfassung? Wo bist du hier? Ich muss die übelste Aufgaben mit knicken. Ja, du musst knicken. Bist du! Nehmen wir grad auf? Ja, wir nehmen die ganze Zeit auf. So. Ja, wir nehmen die ganze Zeit auf. Bist du! Hier bist du! Hä, wo bist du? Ja, da bin ich nicht. Du wart doch da gerade! Ich brauch mal eine Fackel hin. Ja, ich brauch mal kurz eine Fackel hin. Du siehst mich jetzt, oder? Warte! Ähm, hier oben bist du, oder? Ja, da oben. Ja, hast du dich da hochgebaut? Wo hoch? Hast du dich da hochgebaut? Wo denn? Na, bei dem Ding, wo du... Wo denn? Bei dem Ding, wo du Papa stehst. Wie bist du da hochgekommen? Wie bist du da hochgekommen? Na, du bist doch da hochgekommen. Wie bist du da hochgekommen? Wie bist du da hochgekommen? Warte, ich hab' ich nie gesehen. Warte, ich geh... Komm einfach mal zum Glück. Wie, ich komm jetzt nicht zum Glück. Doch, ich komm zu mir noch hoch. Und gib dem den Hauer. Ne, lass mal. Ey, warte, ich komm mal. Ah, da, da. Los! Ach, okay. Ah, da. Hab dich nicht gesehen. Also, geh ich alleine in die. Komm mal, warte. Ich will auch nicht mal mit Schwer. Ähm, für wegen... Die brauchst du null Schwer. Da hätte ich keine Wurst. Ich meine, Lohne. Hoffe ich. Hast du Papa kennst? Wie hast du denn? 38. Ähm, gib mir noch was. Gib mal die Hälfte. Gib mal die Hälfte. Gib mal die Hälfte. Ich geb dir erstmal einen Fisch. Los! Nimm den Fisch. Oh, schaff, schaff. Und Noah, ich geb dir meinen Fisch. Oh, Fisch. Willst du Kloppe? Nein. Ich war grad mit Dreck von der Fackelhinde. Gut, danke. Komm, wir bauen uns so hoch. Ich kann ja nicht bauen. Du hast mir die Arzt. Wenn ich spiele schon die Fackelhinde. Ha, 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 ha. Und dann, da. Was hast du? Komm schon hier runter. Komm schon hier runter. Hau auf die Kiste ab. Bloß. Hast du irgendwas gesehen? Nee, wir gehen mal wieder nach Hause. Okay. Das wird ein geiles Fisch. Nee, da. Wo bist du? Wo bin ich? Wo bin ich? Alter, ich bin hier. Ist das so arztgeil? So arztgeil. Ja, wir, ähm, ich übernachte heute bei ihm. Leider. Und da machen wir... Hab ich den Fisch noch? Nein, ich hab den Fisch noch. Nein, den hab ich. Oh, nein. Willst du den haben wieder? Nein, ich brauch nicht den Fisch. Ich kann dir einen geben. Ich schmeiß mir den in die Lava. Ich schmeiß mir den Fisch. Nein, ich schmeiß mir den in die Lava. Nein, ich schmeiß mir den in die Lava. Doch, Fisch ist ungesund. Kloßdorn. Nee, das ist... Das ist Lava. Oh, das ist Lava. Oh, das ist Lava. Ah, mein Name ist Fisch. Der Rechen ist für die Fisch. Amen. 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 Man merkt, dass du bist du bei deinem Controller jetzt? Also bei dem 9? Nein, mir ist zugebaut! 8 das war ein das da unten bei den Mann nicht die Störer und das ist Kometern macht die 2 1 in einer und in was die Erinnerung so was aber die Abwehr nachher kommen die warte ich komm hoch kannst du mir bitte irgendwie schaffeln oder was mitbringen ne Lore nicht ne nicht Noah ich schick sie dir zurück ich schick sie dir zurück ich setz sie nicht ich bring sie dir zurück Noah hör auf mach sie mir kaputt was schickst du die denn da? oh oh da komm her und hier war der Papi uah alter und Papi hat sich wieder verarscht äh 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 hä wo bin? wir kreffen uns mal in der großen Halle und bauen uns was ab äh naja ich bin hier kalt irgendwo hopp ich brauch mal ne ich geh mal in den ganzen großen Halle ach so warte mal ach so warte mal ich komm dir in dein Kinderzimmer ne 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 ein ne 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 Nein, dann! Bei Mutti! Entendu bei Mutti. Entendu! Warte mal, sowas brauchen wir schon mit Mutti. Kakao-Bohl. Seit wann haben wir vier? Weizen. Das Kaka-Moto! Was ist Kaka-Moto? Kaka-Moto. So, Papi, kommt dir jetzt gut nach? Kommt ins Bettchen. Ins Bettchen, mein liebes Kind. Okay. Oh, ich hab'n Bitz, geil. Pesch. Ob, jetzt hab' ich hierhin gepflanzt? Egal. Haben wir noch Kohle? Komm ins Bettchen! Warte, ich hab' gerade ganz viel Kohle geholt. Gut, gib mir mal Fackeln. Oder ich mach' hier welche ab. Los, geh' in dein Haus. Geh' in dein Wäldchen. In deine Bude, ich komm' grad zu dir. Gib mir ein paar Fackeln. In meinem Haus. Du kriegst paar Fackeln. Für Geburtstag. Wolltest du in dein Haus? Ja, komm mal. Papi wartet schon. Komm, oder du kriegst was aus dem Maul. Jetzt kommt Papi! Jetzt kommt Papi. Wieso bist du hier? Du sollst in deine richtige Bude. Ach so, oder? Hi! Wie geht's denn so? Ja, jetzt! Scheiße! Ey, ey! Ich hau' dich sonst am Arm! Ey, bitte mach' dir die Tür zu! Darum, weil ich nicht viel gemacht hab'. Doch, hast du! Ach, dann wird es wirklich schön. Ach, dann wird es wirklich schön. Na, geht! Okay, da geht's. Geh' drüber. Da muss ich nicht schlimm. Schlimmer kläden mit dir. Was ich jetzt irgendwie... Stimmt, auch gar nicht schlimm. Nein, weiß der. 15 mal. Falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ach, hier sind schon Fackeln dran! Und dann mach' ich deine Best... Off... Also ich nehm' auch noch mal auf und heute mit Noah... Dafür? Mit 5 zwei, also mit über 5 drei. Dann musst du Fackeln? Noah, du musst mal in dein Haus kommen. Also in dein... Komm einfach mal mit in... Hast du eine Überraschung für mich? Ja, ich bin eine Überraschung für dich. Ach cool. Komm nicht in dein richtiges Haus, sondern komm einfach mal raus. Du bist dann Eingang von Reinbeiß-Verboden. Wie denn? Eigentlich? Was? Er hat gleich gefangen. Wo ist das? Ich weiß nicht. Der hat ja lang kam. Frieden! Attacca! Frieden! Wir müssen immer, wenn wir los irgendwo hingehen, müssen wir Frieden zeigen. Oh, hier. Wo sind's lang? Hier! So! Komm' wir mit! Hier oben! Ach da! Kriegst du denn? Kriegst du denn? Verglänzen! Komm mal hoch! Okay! Du kriegst von mir ein Geschenk! Ja! Kopf hoch! Was denn? Hey! Nein! Ich hab das nicht gemacht! Mann! Was kannst du auch mit dem Display sehen? Boah, da fliegt der von der Nähe runter, der Kunde! Flieg doch, Alter! Mit der Fliegscher wieder runter! Mit der Fliegscher wieder runter! Was machst du? Gar nichts! Ja, ja! Los, ich geb dir das Geschenk! Ich geb dir jetzt mal das Geschenk! Komm hoch! Ich geb dir das Geschenk! Ah! 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 Ein paar Fackeln liegen da unten! Hunderttausend Mal fliegst da unten! Und ich geh schön die Treppe runter und du Batsch fliegst runter! Ah! Hi! Ich hab keinen Lieber vor dir weg! Hilf mir! Ich geh baden! Hilf mir! Ich geh baden! Baden, 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 baden! Halt, chill mal dein Maul! Ey! Ey! Kunde! Halt das Maul! Ey! Ah! Ich freu mich heute schon mal abend so schön auf Maro! Auf Maro! Maro! Oh! 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 Opa! Wo wachst du?! Oh! Ach ich a allem! Opa! Dein Inventar ist doch leer, ne? Ja! Warte, ich geb dir mal, Bruder! Dein Geiz denn ist bei dem Inventar leer? Komm einfach mal her! Warte, ich soll jetzt mal fahren! Komm her auf Erde! Toll erdebal ich! Vollkopf in Höhe! Oha! Hier war irgendeinem Haus! Ey! Ey! Ehe! Das habe ich echt perfekt hier nur gemacht, weißt du? Das ist so ein Fehler im Lenk. Bist du? Nein, ich bin schon längst woanders. Ich bin lieber im Haus. Dann bist du einfach auf dem Bindermount. Ich bin am Montüriger. Denn wie jetzt? Ist der unbedingt noch so? Nein. Doch. Machen wir das nicht. Dann kriegst du nicht so gut an. Dann kriegst du nicht so gut an. Ich mach endlich mal auf den Baum chillieren. Mach mal die Fackeln wieder hin, sonst brin tut es! Es sind keine Fackeln, das sind Steine. Steine sind fast verschleißig. Wenn er in der Schule sagt, ich springe immer so, der macht drei Meinen-Kraft-Romane. Wirklich? Ja, der macht wirklich Meinen-Kraft-Romane. Der macht aus allen Kleidungs-, Meinen-Kraft-Filmen, einen Roman. Ja. Also dann würde ich dies bauen, dann würde ich das bauen, ne? Nein, wir dürfen nicht über einen Klaven. Also er ist ein super Freund. Ja. Ja. Das ist... Ich meine, er ist auch ein Humor, als ob er in der Schule ist. Wenn er den als Freund hätte, ist es hier drin. Hä? Oh, au! Wie lange hat das? Hä? Wo bist du? Doch, du bist auf dem Berg da oben! Ja, Applaus! Da komm ich's durch, Mann. Warte mal, ich hol mir nur mal schnell auf die. Warte mal, ich hol mir nur mal schnell auf die. Wo ist denn das? Ich weiß nicht. Oh, hier oben kann man ein schönes Haus bauen! Oh, hier oben kann man ein noch schöneres Haus bauen! Boah, das ist so niedlich! Wir müssen dann schön reinspringen und sterben. Genau, ich komm hier jetzt mit Zugang. Warte, ich komm, ich komm auf... Was ist denn das da? Wow! 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 Oh, Mann! Nicht Feuerzeug? Und Helm geht's? Ich mach's weit weg. So weit. Ich mach auf den Berg da oben. Ja, komm auf den Berg da oben. Ja, komm auf den Berg da oben. Checken! Stirb! Das war doch echt gut. Ha! Ha! Gebrannt! Checken! Ist was von geil, Alter! Da ist noch... Bist du gerade? Hier. Ich hab' mir oben einen Schlafsblok gebaut! Nee, wie ist man denn, wenn ich nicht vorhin rumpfringen! Warte mal, ich guck raus, ich guck mal... Ich komm mit ihr zurück. Nein, ich geh mal oben rum. Jetzt kommt mal oben! Ich geh mal unten! Könnt du mal kurz in die Wüste kommen? Oh, wo ich mich gleich sehen würd? Guck mal dort in die Wüste! Guck mal dort in die Wüste! Seh mal an die Wüste! Drei mal auf die Wüste! Scha und wo du mich gleich sehen wirst. und aber die 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 ich bin hier oben da gibt es zwei Bilder, da gibt es immer den Montilier oder den Montilier ich bin da, ich bin hier ja, guck doch mal, guck doch mal runter ich bin hier klein neben dem Ding ach, ach den da drüben meinst du? ich hab da unten in der Wüste, guck doch mal auf die Wüste ach, warte mal, ich bin runter ach, ach, ach ach, ach, ach ach, ach, ach kann man die Wüste, wenn ich möchte mal seine Diamanten haben ich hab ja noch, ich hab ja noch weil ich mich noch eine Diamanten Schauke haben, damit ich mich dann ich kann mir auch gleich mal eine machen oh, mein oh, geil, Sandstein ich hab keine riesige Hölle gefunden eine geile Hölle komm mal mit ah, jetzt what, what? BOOM! ha, geil, ich hab ja endlich mal wieder was zu bauen ich konnte endlich mal mit mir an den Tisch kommen hä? ich konnte endlich mal mit mir an den Tisch spielen Riesende wo? hier ey, warte ich komm dann eh wieder raus wo bist du jetzt auf Spuchen? ich bin irgendwie in eine Möhle reingefallen sag mal sag mal ich hab ja keine Ahnung die 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 ich bin hier in der nähe von diesen großen die Applaus ich sehe den Sprung der Brücke ich sehe den Sprung der Brücke ich habe nur ein ich habe 25 TNT ey Du hast... Ey! Du hast mir welche geklaut. Ich weiß das nicht. Feuerwerk! Ich hab kein Feuerzeug. Feuerwerk! Juhu! Volles Feuerwerk. Yeah! Feuerwerk ist das Geilste auf der Welt. Wie wir alle wissen... Wie wir alle wissen, ist er kein Held. Ich geh jetzt nach Hause, Leute. Na, ich komm dann fest. Ich kann mal hier eignen werden. Aber ich mach nur nach unten. Das ist so schlimm. Wieso? Ich mach mir mal ein bisschen. Nicht. Ich komm schon jetzt raus. Ich hab den Wasser. Ich hab den Wasser. Ich hab den Wasser. Ich hab mich auch. Ich hab mich auch. Ich hab keinen Schloss und nicht zu Hause. Äh, ich schon. Echt? Ach, du was? Warte mal, ich hab den Wasser. Oh, ich hab meinen PC auch geklaut. Was? Ach, das bin ich schon. Und das lassen wir mal ausgerufen. Ja, warte. Gib mir. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich will mal hier. Ähm. Ne, ich hab jetzt Bock nach Hause zu gehen, Mann. Und das jetzt gleich zu beenden. Das war nämlich ein tolles Special für die Schlädchen. Dreh dich mal um. Nein. Aber ich bin irgendwo hier. Ich baue mal einen großen Turm. Äh, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh mein Gott. Und das hat mir auch schon, dass ich mit einem riesigen Fleck dumm weiß. Ich hab den Schaden. Ich hab unsere Haus gefunden. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Oh mein Gott. Oder ein PC. Ein PC? Ein PC? Ich hab keinen Schmuck, wo ich hier lang bin. Das war wie bei mir. Ne? Der ist dann immer... Aber ich geb mir zwar Mühe. Stimmt's nicht? Ich bin schon da. Ich warte. Ich schlafe erst mal, da ist wieder Tag. Nein, ich rede nicht, ich muss auch in den Bett. Nein, das geht. Ja, aber ich muss auch in den Bett. Oder schlafen. Ja, ne, doch, hier wird es kommen bei den blöden Diasen. Ja, sterben will ich nicht. Ja, genau. Ich habe das endlich in der Welt geschlossen. Weil das Einzige bleibt sterben, wenn du in der Natur bist. Aber ich will ja, da kannst du Zeug nicht verhalten werden. Du bist dann in unserem Haus. Du bist dann in unserem Haus. Ich habe keine Karte. Ich habe keine Karte. Echt? Weil ich ja eine habe. Ich will mal gucken. Ach, du bist genau am Anfang an, wo du bist. Wie Richtung? Nein. Der Tag kommt mal hoch. in in erinnern und ein genau in und um weiterlaufen ich bin ja unser Leuchtturm machen wir unseren Leuchtturm ein ähm einfach ein bisschen zu Leuchtturm klettern dann hier hoch hier ach nein hier hoch ach ich hab schon gute Ideen nein nein ich will da hoch ich will da hoch ich will da die Karte dabei haben ich will da hoch ich will da hoch mit meinem geilen Bogen ganz dumm ich will das in der Haut oder? muss ich hier ist das der Eigenturm oder der Leuchtturm nein ja der ist eben Kappelturm ja Kappelturm Kappelturm du meinst doch den in deinem Haus ja rede schon ja was ist da nein nee 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 ich hab dein ich hab deine dein Ton gesehen dir dein Ton dein grünen Ton dir dein Erd dein Erdhausen ich bin hier zu Hause es ist kein Erdhausen ich bin hier bei dir zu Hause hey wieso darfst du mich hauen hey wieso darfst du mich hauen weil ich dir das sage ich darf mich nicht hauen hä? mein Schwert? ja ich bin mein Tag nein es ist nicht ein Erdhausen natürlich guck doch hab ich das selber grad gesehen ach da ich bin ich bin echt ein Lassenpack weil ähm ich glaub wie ich guckt für die für die ist es nicht unbedingt leichter im multiplayer zu spielen als im alten Spiel äh cool wir haben nämlich äh eigentlich sollte die nämlich Mittwoch kommen oder Donnerstag genau oder der Kontrolle wird denn gestern oder gestern oder Mittwoch kommen heute ist weiter der ist heute gekommen ja genau man das ist voll realistisch oh Gott äh nicht back nein das gibt's nicht das gibt's mal nicht jetzt haut dich Papi erstmal warum wenn du mir nicht gefolgt bist dann ne der hast du mir gefolgt das war nicht so zu sein wenn man da erstmal 5 dann nein nicht so zu sein wenn ich wieder da bin die wieder da na ich wieder da bin na ja oh das scharf warte geht das nicht das scharf du hast ne ok nein ich komm dann nicht das scharf bitte nicht das scharf das mach ich lieber hast du Wolle ich hab's getötet so Chic nicht das scharf es nicht das scharf es nicht das scharf es noch nie ohobi das nochmal das want es gibt einen oder sagen die Nacht niemand Ich will ihn überwinden. Also ich denke jetzt nicht, dass er bei mir übernachtet. Stimmt, dass er bei mir übernachtet. Aber der geht gleich mal nach Hause und holt sein ganzes Schrafftipp und so. Ja. Und meine Frau ist so nett. Die hat mich geil. Wo bist du, wo bist du? Die hast du hier. Ja, die hab ich noch nicht gesehen. So, der ist mit Liebe und Bezogenheit. Der ist so in die Strasse. Hey. Hey, keine Beleidigung. Ja, keine Beleidigung. Wir nehmen ja schon so lange auf. Wie lange? Wie lange? 29 Minuten. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Dominik LP. Und wenn es euch gefallen hat, dass ihr... Gibt einen Daumen nach oben. Macht doch noch mehr Fackeln dahin. Ja. Wenn euch das gefällt, gebt ein Like, einen Daumen nach oben. Oder... Ähm... Irgendwann lassen. Ist Wolf Olaf hier drunter? Nein, Wolf Olaf ist da nicht drunter. Wolf Olaf! Tschüssi! Hallo, meine lieben Leute. Mach mal den Controller. Aus. Ist der aus? Er ist aus. Nein, der ist aus. Dann machen aus. Mal auf, abbrechen. Äh, abbrechen. Abbrechen auf A. Geht mal kurz her. Batterie erstmal raus. Oh, auf. Tschüssi! Ja, die Zam 2! So, die Zam 2! Ja! Nein. Es ist sehr... Es ist gut! Ich meine, es ist cool! Ja! Ich was sagen, wir fangen schon mal an mit spieren! Dann ist jetzt neu ein Spiel. das im Land das machen wir auch mit Liebe und Geborenheit ich will den Kontroller nicht wieder anschließen wisst ihr wie ich das mache? Kontroller ausschalten mein Papa guckt wie wollen wir unsere schöne Familie nennen die Müller die Hansens würde ich sagen die Müllers nein oder die Hansen Hansen so so Hansen die 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 sie die die Der erstellt jetzt einen Sim. Zehn Stunden später. Eine Frau. Ne, 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 ne Frau. Doch. Keine Frau. Nicht mehr anfangen. Ja. Grundlagen. Erstmal. Vorname. Vorname. Und. mit ähm ihr wisst schon, dass ich solche Buchstaben haben will ähm wir haben gerade ein Mannschaftsplatz gemacht ähm ähm wie kann ich ähm rechte Klasse 2 wählen ne 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 HANSEN 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 Ja Geschlecht Männlich Blumen Sales GWH I I E E E E in den Ball sind aber das ist ein kleines Köln D D Köln Achtung das ist ein Mann Man schmeckt mag, wenn er so aussieht. Doch, Mütze, Mütze. Geil. Mit dem Fahrradteil oder was? Ne, mit dem Fahrradteil oder was? Ne, mit dem Fahrradteil oder was? Eine Gesichtsbehördung braucht man kein Manfred. Doch, doch. Manfred braucht doch keine Gesichtsbehördung mehr. Doch, doch, doch. Kopf und Ohren. Das passt nicht zu Manfred. Das passt also, Manfred. Die Seite und du darfst dich kaputt bei dem Spiel. Man... Ne. Ja, das passt nicht. Siehst du, wie kommt der... So ein Spannstieb. Ja. Was sagst du nicht bei Manfred Kaputt? Was ist denn mit? Der passt gleich los. Also... Lass mal den... Das sieht gut aus. Ja, so sieht es gut aus, Manfred. Ne, aus meiner länglichen... Ne. Ey, ich sag euch... Mund. Mund. Genau. Was lachst du mit dem alten Manfred aus? Körpermodifizierung. Genau. Ne. Was lachst du jetzt nicht so dumm kaputt? Das lach ich echt so mit dem... Mach den schon aus. Also ich muss schön sagen. Der ist schön. Und dass seine Mutter ist so zündig. Warte, mach den was fett. Mach den, mach fett. Oh, warte. Ich muss den übelst stark. Mit der Penis wird sich stark jetzt... Was soll ich jetzt bezeichnen? Ne, nicht so. Mach den, mach den mal fett. Der ist, der sieht das nicht aus. Was braucht man mit... Egal, Make-up. Liedschatten. Ja, Liedschatten. Ja, Liedschatten. Riesum. So, so Männ im Blech machen. Das nicht zufällig werden soll. Kleidung. Alltags-Kleidung. Abend-Kleidung. Schlafanzüge. Genau. Bade-Kleidung. Ja, wir nehmen Bade-Kleidung. Zeig mal die Bade-Kleidung. Wir machen am besten gar keine Kleidung. Alltags-Kleidung. Hops. Hops. Hattens vor. Stimmt! Ja, zeig ich noch nicht, wenn wir uns klappen. Stimmt! Ja, zeig ich noch nicht, wenn wir uns klappen. Die Bade-Kleidung. Was hat denn zu unserem Mann... Da haben wir gewonnen. Aber zeig jetzt mir alle Spiele, die ich hab. Noch. Was hat das zum... ...nsom Kettenkind. NAAA! Was ist das für eine Lube-Bunde? Du kannst nicht mehr rausgehen! Den. Den hat man da schon die Bullen anrufen. Das ist meine Polizei. Oh. Ne, das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Und Beinkleidung, genau. Am besten gar nichts. Ne, schön schwarze Beinkleidung. Das sieht aus. Das sieht aus. Das sieht aus. Ich weiß, wie dieser einer von GTA. Outfits. 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 Ja, Schuhe. Der braucht schöne Stöckel Schuhe. Die ist aus. Ich gebe Stöckel Schuhe. Ich gebe Stöckel Schuhe. Genau so. Ist der, was? Ist der so? Ähh. Die sind auch schön Arbe trapped Untertitel von Wohnen. Ja, ich mache schöne Arbeitsschuhe. Aber. Aber Schuhe sind auch cool. Aber Schuhe sind auch nicht ganz schön schwPeople. Sehr... GdA freundlich... Genau. What is what? und die brille noch machen die sonnendrille ist cool Tja. Ich brauche einen Schwarz. Ich brauche einen Schwarz. Ich brauche einen Ring. Ah. Wer ist das denn? Eine Uhr. Genau. Eine Uhr braucht auch jeder Mensch. Ich trage persönlich zwar keine... Ich stelle ein Ziel. Was heißt das nicht aus? Ich krieg das nicht aus. Was? Ey, da kriegt er Schokoladenbein nicht aus. Im Ernste Fall. Was muss man so... Schokoladen-Ei aufkriegen? Also ne, die Brille muss weg. Ne wirklich, die Brille sagt ich muss weg. Wen meinst du? Die Brille muss weg. Von Manfred. Ja, von Manfred muss die Brille weg. So sieht man halt noch sexy aus und YouTube wird uns ne sexig-fessige Persönlichkeit. Ne, jetzt hab ich ihn nicht aufgekriegt. Hab er nicht aufgekriegt. Merkmale. Wie willst du das denn mal abdummen? Ich bin... ...familienbewusst. Feiglin. Flottfoul. Echt? Diese flottfoul, ey? Also... Ich bin immer flottfoul, ey. ...besetzt ich bin immer flottfoul, ey. Überdaunen... ...und küsse? Ich bin... äh... ...ja... Flört dran. Ich bin mal cool. Ausstehend. Kinder... Genau, Kinder... Das hat vielleicht richtig Lust wir gaan. Genau! Ich bin ein junger Erwachsener. Ich bin dumm. Nein, Noam. Lass mal den Controller. Noch dumme Merkmale. Leicht zu beeindrucken. Guckt mal hier in den Hintergrund. Hier ganz kurz. Hier ganz im Hintergrund. Ja, schön. Ich hab' nicht künstlerisch. Wollte ich es anders sagen? Ich hab' wirklich die Stimme. Ich hör' auch nicht. Voll, der hab' ich mal gerade angeschaut. Ja, da muss ich alles sensibilisieren. Das sieht gut aus. Ja, das passt wirklich. Geografie, was denn? Jeder, was stand da? Jeder verdient eine Geografie, die passt jetzt eine Schreiben. Da ist dumm. Ich schreibe einfach das, was mir am 1. Nein. Das ist nicht eine Biografie. Das ist doch cool. Oh! Warum? Also ein Mann. Mein Kopf. Nee. Ich würde jetzt sagen, Stell an dich. Diesmal mach mal ein Mädel. Würde ich sagen. Zumindest erstellen. Das sieht wie ein Mädel schwul aus. Das sieht wie ein Mädel schwul aus. Der Vorwahl. Der hat nur Humut als Vorwahl. Ey, guck der sich wie ein Display an. Am besten... Am besten... Aua. Und dann kommt die Szene. Fällt jetzt weg? Äh... Nein! Die XX11 Szene. Die XES Szene. Genau. Haltruf. Genau. Haltruf. Haltruf. Unser... 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 Da ist es Ur. So nicht. Heilruhe. Nachname. Wie haben wir die genannt? Sag mal Freundiger. Michi oder so. Nach einfach dem Müller. Nee. Oh ja. Toller. Humboldt, genau. Das Mädchen kommt ja dann aus einer anderen Familie. Die kriegen dann wieder Kinder. Und naja. Humboldt. Wird das man Simpsons nimmt? Wird das nicht? Humboldt. Heilruht Humboldt, genau. Oh. Ey, Noah hör mal auf. Okay. Geschlecht ist männlich. Geschlecht ist männlich. Oh, ich frisst Papier. Oh, hallo. Ich nehme sie aber gleich. Schlecht ist männlich. Ich schaue. Grundfrisur. Ja, die Frisur nehmen auf jeden Fall. Geschlecht sieht irgendwie voll creepy aus. Creepy. Creeper. Ah, Creeper. In so eine würde ich mich auch verlieben. Ach. Die längere Haare mal. Nee, die sieht ja aus wie Lea. Nee, wie Jule eher. Scheiße. Das sieht doch toll aus hier. Nee. Oder gleich am besten das hier. Aber am besten nicht. Wir nehmen das alles dann. Wollen wir mal ran zu... ähm... Oben, da der... Nee. Warte, nee, warte. So, mit Acqua. Also mit Mütze. Und wenn ich hier schnee. Ja. Augenbrauen. Okay. Und dann Haaroptionen. Aussehen. Und Ohren. So. Augen. Acht Minuten. Drei Minuten. Oder auch vier. Wow. Wie lange nochmal machen? Ich würde sagen, eine Stunde. Kann man ja auch nehmen. Mhm. Du musst im Frühstück nach Hause. Würde ich schon nicht alleine dann weitermachen? Oh Gott, wie du das klingst. Ich fette. Mach mir denn mal, ihr wirst fett. Ich mach da doch eh die... Dann gibt... Vielleicht machen sie noch eine Mutter oder sowas. Mach erstmal die, ihr wirst fett. Fettes Kind. Ich kenne die sieht toll aus. Die sieht nicht toll aus. Und und Körper. Oh. Ich bin fast richtig. Nee, nur mal mit dem. Ich weiß. Nee, nur mit dem. Ich weiß. Nee, nur mit dem. Ja, so. So. Und eher. Bisschen fetter. Ja, und Sinn, was du auch auf dem Erschirm haben? Nee, nicht, weil Frauen nicht. Stark sind. Make-up. Nee. Doch. Lippenstift. Haben doch immer die Frauen. Komm. Make-up-farben. Das sieht toll aus. Was? Super. Na, muss jetzt schon los. Schaffst du es? Das war so. Nee, lass es hier liegen. Ich leh das damit. So. Ich fache es eh. Ich fache es eh unendlich an den Zins. Weitere Spaß noch. Bleib denn nur so lange bis der Zins an. Obwohl, all jeder dauert lange. Ähhh. Warte, kleine. Nach. Kommen wir hier. Ich fache es nicht, dann bleib doch. Ey, Noah. Guck das mal. So ist es doch toll. Ja, lass dich da mal so. Nein. die schiff die schweiß was soll man ruhig die Familie werden? wie so ne Spaß die Familie hat sie doch auch schon gehabt hat die auch schon gehabt sieht toll aus für dich ja sieht schon toll aus Beinbekleidung bis dann bis dann und für die Zuschauer bis dann ja bis dann und naja dann wird später ich würde sagen nochmal das T-Shirt das muss nochmal ein bisschen gemacht werden Mann ne jetzt kannst du das wiederholen ich hab was vergessen der ist angeschlossen ich hab sogar zwei angeschlossen also der kann wissen ich geh nicht HAU AB ja genau so ne Angestellte im Büro bild ich mir auch Schuhe passen mir dazu Schuhe soll richtig können dann ja das passt wirklich dazu Uhr ich brauch ne Uhr ja ich will die Prille ne andere Prille ne ne die Opa da auch ne ich will nicht ganz auf die ne also die Prille Nächste. Ja, Mann. Oh, oh, eine richtige Chlorie. Wie es connotiert sich so, dass die Schmerzen nicht so bleiben. Ich kann mich nicht aufhören. Ich bin nicht aufhören. Ich bin nicht aufhören. Ich bin nicht aufhören. Ich bin nicht aufhören. der Muskel. Und eine Mutter muss jedenfalls noch in den Haushalt. Tolle Mutter. Zu fällig werden. Jetzt noch Grundlagen, das ist ein Geibes. Die Bücher haben alle die Hirten, die haben authentische. Sie sitzen da. Nachen sie nicht. Es ist ja nicht wirklich meters, dass sie sich davon phasen. Häng auf. Genau, häng auf. Hansen, von eher Erwachsenen soll ich sagen, so kann sogar ein Handy nicht umzählen. Also Mutter soll jetzt dicker sein. Ich werde immer sagen, Entkleidung. Jetzt kann es besser aussehen. Genau, das passt doch zu sehr. Schuhe brauchst du natürlich auch anzulassen. Damit du den Kindern mal richtig in den Arsch hacken kannst. Dann muss er richtig fette Schuhe haben. Wie die? Ja. Zapp, 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 zapp. Wesenlichkeit. Das war's für heute. Ich würd schon sagen, das passt eigentlich zu der richtig coolen Anni im Erstmacht, dass wir eine Mini-Familie haben. Ich würde sagen, dass wir eine Mini-Familie haben. Ich würde sagen, dass wir eine Mini-Familie haben, das könnte ich sagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Manfred angelt sich seine Frau im Whirlpool. Ja, das sag ich auch dazu. Ach, geh noch mal schwimmen, du Vetter. Zur Kunstgalerie gehen. Also, ähm, unendlich angeln, das wirst du mal wegmachen. Aufräumen brauchen wir auch nicht, schwimmen. So, jetzt du mal in diese Schwimmen. Ja, pack mal deine Angel in deine Arschtasche, was ja auch natürlich geht. Oh Gott, ich hab mich immer gedreht und bin fast nackig. Ja, ich kann nicht schwimmen. Manfred, ess doch mal was. Ja, Manfred kann hier nichts essen, Mann. Ach, du hast gesagt, ich hab das gleiche als Militärspiel, das ist ein Scheiß. Echt? Ja. Also PSP ist nicht so wichtig. Lieber X-Fox. Oh mein Gott, wer ist das, wer ist das, wer ist das, oh mein Gott. Hat ihr ihr Kind gekriegt? Nee, noch nicht. Ist das Manfred? Oh, Manfred. Oh, Mann. Mann, komm, geh in den Kunstgal. Ja, einfach großartig Spiegel. Großartig Spiegel. Ein bisschen aufdreht. Alter, wie lang. Wow, Alter, das ist ja nicht mein Angestellte. Ne? Applaus, ja. Woher habt ihr die? Ähm, das muss mein Papa fragen. Der ist Korko. Ich bin Korko. Warte, warte, Domi, warte mal. Den geht's nicht mit diesem, ich will mir. Eine Frau! Warte, Frau! Wer hat die Frau kennt? Oder den fetten Mann da? Den Kurt Brandon? Freundschaft nicht begrüßne. Die fette Frau. Domi. Domi. Marmel. Nee. Freundschaft nicht begrüßen. Ähm, die... Vorbereinstellen. Oh. Alle nicht. Alle. Alle. Mach's mal fest. Das will ich jetzt. Aber eigentlich. Es ist nämlich so, weil man, weil es nämlich gerade Text haben kann. Wenn das eigentlich von euch nicht gut ist. Komm, arbeite, bitte. Spiele. Das ist nämlich so, dass du nicht an mir vermisst hast, ist mein Gequiet, Chef. Bestimmt. Ich bin mit dem Taxi. Wo geht denn, wo geht denn, wo geht denn hier aus meiner Familie hin? Das soll ich jetzt mal gar nicht gestorben wissen. Ich hab ja mein Gequiet. Ja. Ach, na. Machen wir denn noch ein Letzte? Applaus! Okay, die Fortsetzung. Fortsetzung des WM Specials. Das ist nämlich auch ein WM-Special. Hm. Sims 3 WM-Special 2014. So, Manfred. Was ist das nur? Das ist die Kunstvollerung. Wenn alle nur großartig sind. Hau! So! Hau! 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 Ich bin hier! Ah, ich trink das mal mehr. Ey, hier ist der Spreis! Partyplaner! Ey, man kann's nicht! Ja, dann bin ich Spreis. Wir müssen uns Kohlen aufgeben. Wir sehen, dass es nicht so an uns landet. Hm. Und wir brauchen? Keine Ahnung. Also wir sind sehr schnell im Xbox. Nein, das sind 12er. Ja. Hm. Dann spielen wir nochmal COD. Hm. Ja. Nein. Und dann... Das ist so langweilig. Nein, nein. Komm mal. Erweiterungsparty... ...einweilungsparty. Genau. Kleiderordnung. Geil, geil! Badekleidung! Genau! Badekleidung! 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 Wann beginnt die Party? Entdeckt? Wie spät ist denn das bei dem? Spät. Spät! 20 Uwe, ich tanke es ist gut genug. Gäste einladen! Deine Familie! Sören kann eingeladen werden. Was? Sören? Sören! Hier ist Sören Katalina. Katalina Sören, nicht? Bekannte von Heidrut. Ich mach mal den Musik an. Lalalalalala! 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 Domi? Warte, ich spüre jetzt mal zur Party vor. Sören? Du warte. Lalalalalala! Wie spürst du an! Das ist ja sörbe! Wir sind ja sörbe. Oh Gott, das kostet jemand! Das kostet jemand! Du warte. Du warte. Das ist ein Sack! Ich hab' nicht gekuckt! Irgendwer hat das Sack! Ja, ja, ja! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab' nicht gekuckt! Ich hab' nicht gekuckt! Ich hab' nicht gekuckt! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Das müssen wir natürlich machen! Guck mal! Komm mal! Guck mal! Guck mal, guck mal! Guck mal, guck mal! Mann! Mann! Was gibt's das? Ein schwules Mädchen! So, mal auf Getrella! Nee, nicht auf Wiedersehen! So, wie macht man hier? Was? Ähm, ist schon 23? Es ist 23! Wir wollten hier noch... Wir wollten hier noch nicht kurz aufsehen! Das Video geht grad mal 8 Minuten! Ich glaub, das geht 8 Minuten Video hoch! Nein, mach mal was dreißig! Guck mal! Das sind romantisch... Oh, romantisch! Wie? leadinggez die corridors! Isn't das Cheater? Und endlich? Ich muss euch benutzen! Bitte hizo! Guck mal, guck mal! Dasf rusl protocols sie zegt! Z Chen zeit ist toll! Now, du musst mir PAC! Mitmachen, du musst du nichts mehr aufpassen! kann ich nicht Frage! Enough! so wicc- wenn du nicht mehr so ferigert, Komm. Wofür? Kriegst man denn den Ball? Was? Wir machen es? Freundlich. Ja komm, wir tun schon alles gut. Rügel auf. Okay, das war das. Oh, ne, da ist vorne, da ist vorne, da ist vorne. Haha! Ne, ne, die Süße ist nicht. Na, Karalingen ist doch auch cool. Oh, ich hab dich getrunken. Gigaboli! Gigaboli! Ach, das ist das Gigaboli! Oh Gott, warum denn? Wo rätst du? Gott, mein Fred, du kriegst den Penner! Ach, wo ist denn der Wind? Komm. Ja, komm. Ja, komm. Oh, Hüller! 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 Ich weiß, dass wir auch die anderen Lücken brauchen. Die Lücken ist gar nicht so gut. Die Bullen sind ja auch hier nebenan. Der Kory, der Kory! Kory, 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 Kory! Der Kory! Wie zeigt den in der Kamera an? Kann man anfangen? Ja, ich sag, dass wir ihn sehen. Wir können uns anspielen, dass wir das mal wegmachen. um war die Bank Mülleimer Farbe einstellen alle Lichter alle Lichter die grünen äh äh Pudding 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 P 되지 Pitzerland Sie Pudding 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 Pream Will die hier im Konto? Das ist doch eine Frau! Oh, lass doch mal mein Pinky oben! Hey, ich geh mal auf die Tür! Pinky! Ja, der alte Penner kann genauso mit Fun! Jen Linge ist ja gar nicht... Der kann schön mit Fun spielen! Oh, geil! Werden den Klon? Den Metallic! Telefon, das müsst ihr da stehen! Boah, wisst ihr wie viele jetzt mit Fun spielen? Oh, das ist so schön! Du findest die da vorne! Jetzt müssen wir doch Fun spielen! Du, es werden alle Fun spielen! Ja! Und rennt um euer Leben! Renn in das Bad rein! Und spielt mit Fun! Ja, alte Oma! Ey, fach gerade so genau aus! Oh, Saco! Oh, Saco! Oh, Saco! Nein! Hat sich gerade so angehört! Wie schnell ist denn das? Jen Lingen! Er bleibt mir längst begrüßen für mich! Wie war das? Neh mal auf den ersten Blick! Wer ist denn das? Begrüßen! Happy Lady! Die sind ganz schön aus dem Partikel! So, ähm, wo ist denn der? 15 Minuten nimmer auf, ne? 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 Ah, 14! Ich will noch mal kurz den, äh, Manfred zu finden! El Manfred, die vierte Sau! Da kann ich da noch mehr kommen! Ich will noch kurz vor bis zur Party! Und ich kann ja auch bis zur, äh, Scheiß Party! Spür einfach vor! Spür! Na, das ist gut! Wimken! off auf Sollte mal was essen, der Kette! Wimken! Före! Ich bin dran! Ich bin dran! ρεut Wie viel Geld hast du? Wie viel Geld hast du? Die Party geht jetzt los. Wir zeigen euch noch ein bisschen von der Party, wie das so schön ist. Wir haben noch einige Partys feiern. Der Manfred ist natürlich partiesüchtig. Entschuldigung, das musste grad sein. Weil die Party lahm wird. Bei Manfred. Wir haben schon 16 Minuten aufgenommen. Bei der Fliegen schon fliegen und wette. Alter, Jörg. Das ist so weit. Ach, alles. Ach, alles. Na. Wow, das Gefühl fliegen. Die fliegen sich an. Was? Ich hab alles in den Schatz verloren. Das wollte ich sagen. Das wollte ich schon sagen. Das wollte ich schon sagen. Oh. 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 Party. Oh mein Gott. Erstreckst du die hier? Was? Erstreckst du die Haltruhe? Du dumm als Kind. Einer der Stand der Schaffel? Nein. Schwule Jule. Auf damit. Aufhören damit. Die Haltruhe. Seht du nachher? Und ein Ding schnackt. Schwule. Oh Gott. Was ist denn da? Ich find Gericht auch cool. Sag mal, sieh. So. Drachen sind so geil. Find ich auch. Wie lange haben wir schon? Erstmal, das ist schon 17, äh 18 Minuten. Sieh. 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 Ich bin schön. Hallo. Sieh. 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 Die Party ist nach 37 Minuten zu Ende. Verschuldigt. Los, hau ab. Oh. Was? 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 Nein, Katharina finde ich manchmal okay. Oh. Oh. Ich hab eine Zunge. Die ist lang. Und spritzig. Komm, mach mal jetzt. Und dieser Episch. Also, erstmal muss ich gehen. Oh ja, die steht schon wieder nackt. Mensch, mach die Glatze aus! Halt! So. Tydaaaah. Mann, peinvi an dem Weg. Und den Tag. Komm... Da ist ein bisschen besser. Geht zum Tag! Geht, bleh! Ja, nein! Geht, bleh! wotivoli wotivoli jawolli gemein du nimmst noch auf mach mach ich beende doch die aufnimmungen tschüss bis zum nächsten mal euer megafehl auf was soll ich jetzt gehen wie auf was ich bin doch hier aufs krimnet achta noch du noch du musst noch offline alles angewenden so ich mach achta drück du b ich überleben überleben leicht leicht bitte leicht nein doch so wie ich das sage dann machen wir halt an dann dann aber dann oben meine ich nie machen ja 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 kann ich ja ja Oh mein Gott so. Ich hätte so nügendwie die Tiere überhaupt fallen gekommen. Ach so eine Schlaufe. Oh Mann, ich geh jetzt einfach wieder hoch. So, guck mal ein Nebel. Und überlegen. Oh Mann. Oh, der blick. Der blick für mein Kack. Der blick für mein Kack. Denkst du, wer das hingelegt hat? Ja, ich bestimmt das. Nein, ich auch nicht. Das ist scharf, wüsste. Warte, das ist noch mal. Das ist scharf. Mach mal in deine Truhe. Mach mal dir fünf Mähnchen rein. Äh, genau. Ähm, das wollte ich jetzt mal gucken. Wo ist mein Haus? Das Haus? Nein, ich noch nicht. Doch, Olaf ist schon fertig. Ja. Aber er lässt ja nicht weg. Ja gut. Warte, ich hole noch schneller. Nein, ich schaue nicht an. Nicht an. Warte! Jetzt muss ich ihn sterben lassen. Oh Mann. Ich brauche nur den. Ich bin auch versehen. Ich wollte gerade die Knochen holen, damit wir den filmen können. Ich brauche mir jetzt echt hellen. Ich wollte Olaf Omi doch nicht. Ich hab's für uns gepackt. Ey. Wer ist hier runter geflogen? War echt runter geflogen. War echt runter geflogen? Wer ist hier runter geflogen? War echt runter geflogen. Ist hier unten? Ah, hier ist der Eingang. Ich weiß nicht, was ich machen will. Warte, das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd, warte mal, ist hier drunter was, ist hier drunter was? Nein, glaub ich nicht. Nee, ich mach ihn nicht. Doch, krass. Ich mach, wenn mir erst mal so gewinnen. Ich komm mal zu dir, ich bin in deiner Nähe. Ich bin hier. Ich komm mal zu dir, ich bin in deiner Nähe. Ich komm hier, ich, ich bin woher. Ich bin hier. Ich zieh unten, ich bin hier. Hier ist Wolf. Wo? Hier, 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 hier. Warte, 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 ich komm, ich komm. Warte, Wolf. Warte, weg, 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 weg. Wolfi. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich baue mal ein, ich baue mal in da. Ach, du bist bei der Glasdotte. Du bist bei dem Glasdotte, ne? Genau, warte, ich komm mal hin. Harte, aus. Das ist so. Der kann. Der kann. Fick dich. Wir brauchen weiter. Los, komm mal her. Ja, ich komm her schon. Ich bin mehr weiter. Ich bin hier bei einem Baum. Du siehst ja meinen Namen. Ah ja, ich bin hier. Ich bin hier bei einem Baum. Komm, hier, hier, hier. Hier. Hier ist es. Hey, gut. Mach noch mal. Er hat nur zusammen geschlossen. He, gut. Kann ich nur umverknochen gehen? Wie hast du die Sassen noch vier? Warte, gib mir mal deine Angel bitte. Bitte gib mir mal deine Angel. Dafür gibst du mir jetzt die Knochen. Ja, warte. Geht mir zwei oder drei Knochen? Warte! 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 Scheiße! Was machst du denn? Achso, warte! Ich habe meine Beine! Komm mit! Komm mit! Der folgt mich! Guck, jetzt habe ich ihn an der Leine! Ja, hund? Wie kommt jetzt in den Haus? Wie ich verstehe was? Bist du? Bist du Wolf? Ja! Du sollst auch mal in den Pool rein! Wo bist du, Karo? Du meinst schon in der Terrasse! Ich guck mal rein! Ähm! Ich will mal den Tee so los! Die werden immer strengt! Die werden immer strengt! Wo bist du langgegangen? Von hier aus! Du weißt, du siehst doch wo ich bin! Ah, jetzt bin ich! Ey! Wer hat die so weit kürzt denn hingeführt? Ich dachte ich sterbe klein! Aber ich dachte ich stirbe kirch! Na komm du! Ich bin wieder an heute Sims oder? Mein Gott! Fede ist voll krank! Nein, warte! Oh Gott! Hat wenig kürzeln! Warte! Echt nicht! Wer hat denn das Feuerzeug? Oh, fettes Kind! Warte! 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 Wir haben nämlich kein Feuerzeug! Wir haben nämlich kein Feuerzeug! Komm doch! Warte! 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 Komm doch! Und dannstroke quello Geld baut! Da guck nano! Ja... Komm doch! Ich bin im Umfang zuifeln! Genau! Zwei.. Hm! Entsicht mich nichtzuwe BuzzF Mediterren, wo bist du... Ja. Ja, das ist ja nicht. Natürlich, natürlich. Die Kackdose ist ja auch nicht knapp. Ja, das ist ja nicht knapp. Ähm, ich hab heute gemacht, dass wir uns vorstehen. Aber die davon haben wir schon ein bisschen. Ich kenne das nicht aufnehmen. Lohre, ich brauche doch keine Lohre. Hm, warum stehe ich? Ich brauche die Spannung. Milchknochen kann ich nicht mehr. Wie bist du denn hier? Ich habe Angst, denn bei dieser Hütte. Bei dieser Hütte. Der Ding steht in dem Lied. Ja, genau. Ja, ich hoffe ich kann nicht. Du hast eine Mischung. Du bist eine Mischung. Du bist eine Mischung. Geht einfach mal deinen Namen ab. So. So. Ja, ich bin in der Falle. Warte. Wenn ich ein Kilometer TNT in der Hand habe. Äh, Domi, wir... Nehmen wir noch auf. Wir wollten auch aufnehmen. Ja, ich habe schon verstanden. So, ja, stimmt. Ich habe schon verstanden. Aber ich kann... Wir haben ja unsere Zinsliste überhaupt nicht beendet. So, ich wollte den... Alle haben das mal in der Hand nehmen. Ich will immer da, wo ich hin will. Ich will immer da, wo ich hin will. Ey! Mach mal nicht raus! Mach mal nicht raus! die 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 Äh, äh, wo ist denn mein Feuerzeug da? Dann ist der Meter ganz wichtig. Nicht auf. Hätte ich nicht. Oh nein! Oh, guck mal. So, hier ist ein Feuer. Das geht ja hier. Kann man nicht hier rein. Oh, heavy. Auffache, boomer, 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 boomer. Wie bist du gerade? Ich bin im Speck. Ich hab's noch nicht gesehen, aber wie bist du denn da? Wie bist denn du gerade, wie bist denn? Bei der Brücke beim Hängloch, ne? Wahrscheinlich, das könnte sein. Äh, wir wissen. So, ich gebe nicht. Ohhhh! Ich hab noch zwei Sekunden drin. Au! Au! Ich weiß wo du bist! Auf jeden Fall war hier die Hütte von Wolf. Der läuft hier frei rum, der Wolf. Nein! Ich hab den da halt nur Hütte gebracht. Eil! Eil! Ich weiß jetzt wo du bist! Ey! Töten gibt's Sinne! Hau, Rind, okay, weg! Oh nein! Ja! Bitte hör auf! Hau, bitte auf! Ich bin ja Feuerzeug! Ich schlag dir an die Beine! Denkst du, ich hab keine Feuerresistenz? Denkst du ich nicht? Sie tut vor Dominik letztlich. Oh Gott, der hat den Feuerzeug! Der stirbt jetzt! Nein! Der stirbt nicht! Ich hab mir dein Zeug auf, wenn du stirbst! Was ist denn dran? Ah! Wow, ist Wasser! Ich sammle dein Zeug auf, wenn du stirbst! Ja, Mann! Ja, Mann! Ist genau geil! Los! Ich krieg den! Ah! Er hat mich fast tot! Verfolg mich doch ruhig! Nein! Scheiße! Ich kenn mich ja aus! Scheiße! Der entfischt mir! Ich hab mich nicht mehr da gehackt! Ich hab mich nicht mehr geworben... Ich hab mich nicht mehr geworben. Ich hab mich nicht mehr geworben! Jaja, ich bin auf irgendeinem Bär! Ich glaub, es sind die Bicke 2-Bären- und Leut die Klopfer! Die Klopfer hab' ich gesagt! es gibt kein entwürfen die kriegt denn nicht hier ey oh Gott ich hab was ich hab was gerne nebenher Ich krieg dich tot! Scheiße. Ich hab dich fast vollgekriegt. Das ist so los. Das ist fast wie Daumenkettchen. Stimmt! Ja! Ich hab dein Trick aufgesammelt. Nein! Warte! Ich hab dein Trick auf. Komm runter. Gebt ein Like dafür! Ein Like, wenn ich dreh! Scheiße. drüber wo bist du? Ich kann ja jetzt nicht hoch, weil da soll man echt so gut gehen Lass mal bitte, lass mal bitte Du musst nur noch runter da reingehen in die Halle, bei der Halle von der anderen Seite genau, an der anderen Seite auf der Halle an der anderen Seite, nein nicht da runter Ja Du gehst da runter? Ja Hast du mein Zeug eingesammelt? Nein, ich hab's nicht eingesammelt Mein Inventar ist eh voll Wir machen jetzt eh noch Krisen Ja Es hat schon gar nicht angezogen Deswegen ja, ich hab ja noch Ich will mal kurz einfach gucken Ey! Boah, okay, drei Schaden Mein Alter Das war richtig gut Ich hab die einfach so Batsch Was macht der für eine Scheiße Hier? Was brennt der den Weg an? Das ist... Mann Was? Was baut denn der Fische für Scheiße? In hier Schuhe Mann Wie viele Wege hab ich an mir gebaut? Ey! Was? Ah ne, doch nicht Ich hab grad nicht so gut Ich kann schon mal wie ich hier rauskomme Ich hab' nicht gesagt Ich hab' nicht gesagt Ich hab' nicht gesagt Äh, warte, ich hab' nicht gesagt Ich hab' nicht gesagt Ich hab' nicht gesagt Ja, es ist nachts Ja, es ist nachts Warte Warte, ich hab' nicht gesagt Warte, ich hab' mal den Nellerit anzupfen Wo bist du grade? Bist du schlafen? Ne, ich geh' gerne schlafen die hier und da ab in der Wachtel nein hier geht es um klarten war da gerade da und auf auf Ich bin grad in der Halle hier. Ich guck grad nach was. Olaf? Okay, cool. Wo bist du? Dir bin ich! Das war so cool. Hör bitte auf. Alter, nein, geh! Okay, okay. Oh Gott! Fick dich! Der Wolf war nicht... Weil ich dich angegriffen hab? Der Wolf mich... Das ist doch das Geile daran! Der beschützt dich! Deswegen will ich ja unbedingt immer einen Wolf haben, wenn ich Zombies angreifen muss. Warte mal, warte mal! Warte mal, warte mal! Da ist der Club! Ist der Club! Ist der Club! Äh, warte! Ich mach ja kurz frei! Da kommen wir uns hier noch... Ich baue mir hier noch... Ich will die jetzt mal wegmachen! Die Halle soll in Ordnung bleiben! Okay, warte! Mach du doch weg! Guck mal, ich hab noch ein kleines Rausch für dich gesagt! Mach du... Mach du doch weg! Nein, komm doch! Na ja! Die Mini-House! Das ist das ja! Das habe ich bei dem letzten Tag... Also bei dem letzten... Letztes Mal... Hab ich schon Küsten gemacht! Du bist denn so... Geschleifen denn wiederum? Ah! Ernstens mal, Geschleifen denn? Oh mein Gott! Attacke auf Kuh! Gott ist das einfach! Oh! Ah! Oh,atha! So da muss ich schaffen Essen verbrauchen! Wenn man... ...gebraucht die Effleigh kaum... Es hatya die ganze Zeit verячert! क cercl fizeram... K domin crucao.... Hey?! Ich mach wirklich! Das brennt mir nicht hier nachher. Okay, Frieden. Frieden, das war... Nein! Da ist es halt dann. Nein! Ich versteck mich hier. Mach den Fakten an! Wenn du mich mal holst! Mach die Fakten an! Ey! Ich hab sie doch schon! Wo war die dran? Ey, ey, ey! Ich mach sie doch schon wieder dran! Nein! Das ist dir ja schwer! Ich hab Kohle! Ich hab keine Angst! Ich hab keine Kohle! Das ist erstmal voll cool! Ich hab nur meine Kohle an! Ich hätte es kennengelernt! Dafür gibt es eine Strafe! Ah! Okay! Wie hast du? Ich kann sie eh nicht an! Sonst lass ich mal mein Inventor. Und ich kann ja nicht an! Du kannst erst mal... Ich muss 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 erst mal... Du bist erst mal... Ich bin nur da noch drin. Ich pack dich mal bitte was... ...es Zeug in die Kur. Alter! Fett ist kennengelernt! Wer! Scheiße. Oh Gott. Nein. Oh, hör auf. Bitte, bitte, bitte. Ich dachte nicht, meine Mutter. Wir wissen es nicht. Hälter, hält, hält. Hälter, hält. Hälter, hält. Hälter. Hälter, hält. Hälter, hält. Hälter, hält. Das ist eine Tonne. Ich beide, war da, hatte ich. Oh, oh, oh. Ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht. So komme ich mich nicht kennen. Komm, ich geh mal zusammen. Nein! Wo ist er? Na komm, wo? Ich komm dir hoch. Ey! Ich hau dir an die Füße. Ist mir wieder runtergefallen? Nein, ich bin auf der Leiter. Wenn du runterkommst, krieg ich dich. Ich komm dir runter. Ey, komm hoch, komm ich aber hoch. Ich hab keine Angst für dich. Ja, komm hoch, komm hoch. Ich hab keine Angst vor dir. Ich hab keine Angst. Komm, geh runter. Nein, nein, nein. Nichts! Ich hab keine Angst vor dir. Ich hab keine Angst vor dir. Ich hab keine Angst vor dir. Hä? Wie lange warst du? Dass du ganz schön verrückt bist. Wieso? Hey, wo bist du? Ja, ich mach ein bisschen mehr da. Wieso tut mir das andere rumketschen? Was? Was? Mach! Gesicht vielleicht! Oh, kacke! Ey! Komm, wir mach jetzt spielen! Komm, wir mach jetzt spielen! Ich hab nicht geguckt! Nein! Peders! Peders! Niemand sagt mir Peders! Nur ich! Okay! Komm, hör auf! 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 Was? Verrückt! Du verratest mich! Ey, okay, okay! Okay! Komm, wir machen was anderes! Wir gehen in eine andere Welt! Okay, warte! Die neue Welt sehe! Die neue Welt sehe! Dann schubst ich dich abhangen runter! Nee, bitte! Die neue Welt sehe! Dann fau ich nach Eisen! Dann fau mal zusammen, fau bitte! Nein, wir gehen... Aber kein Creator! Doch, bitte! Creative! Bisschen heute auch! Das zerbombig alles! Mach doch! Kann man jetzt kaltes in ein Neu-Dictor spielen? Ähm... Neue-City? Hä? Was wollen wir in Neue-City? Neue-City? Neue-City! 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 Das ist ganz viel CP. Und Schwert. Nein, wir können ja nicht die Walk-A-Fights machen. Weil die stehen ja nicht gegenüber. Ja, warum? Doch, das ist nur... Leicht. Nein. Und drauf? Schon 28 Minuten. Geil. Super. Wann mal? Ich mach mal ganz viel TNT. Wo ist TNT hier bei dir? Bei Redstone. Ähm, unten Schwerst. So. Du musst einfach Y. Y. Nein. Nicht damit. Mann. So. Ich mach wieder ganz viel TNT jetzt. Und dann fang wir an. Ich mach... Warte, ich mach... Ich hol mir noch ein Schwert. Und dann machen wir... Dann fang wir an. Wir können ja... Wir können ja eher das unsere... Warte, Rüstung. Ähm, die X. Nehmen wir noch was für Rüstung. Genau, wo die Song. Und jeder dachte ich sag... Bisschen was nehmen, was man... Warte, was ist sonst... Äh... Okay, Mausch. Äh... Genau, jeder versucht, das anzuwogen, sich zu verstören. Äh, ja, warte, da brauchen wir einen Feuertag. Nein, nicht. Ich hab mir die Diamantschuhe mit. Schuhe. Schuhe? 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 Dann muss jeder den anderen kennenlernen. Ich nehme jedenfalls das Rogier V2. Der war ich lange nicht mehr drin. Und das ist cooler. Und du... Aber trotzdem... Wir müssen das irgendwie so doll zerstören. Ja... Ich will irgendwann sowas... Warte, Lava einmal brauche ich... Brauche ich die auch noch? Ähm... Wo ist Lava? Ähm... X-Lava? Ähm... Ähm... Tränke? Gibt's da Unsichtbarkeit? Nein. Ich bin der hier. Wurden hier. Das sind alles woraufgelungen. Guck Kumpelke? Äh... Sag einfach mal eine Unsichtbarkeit zu tun. Ähm... Kannst du mich fragen? Kannst du mich entscheiden? Kannst du mich fragen? Kannst du mich schauen? Kannst du nach der Heido? Kannst du euch arbeiten? Kannst du dich sprechen? Kannst du dich entscheiden? Kannst du mich freuen? Kannst du mich freuen? Für dich wissen? Ich bin mir gebrochen mit Cockel. mach einfach Geschwindigkeit Ne, warum ohne? Warte, Schneewelle? Wo läuft's Schneewelle? Stoppball Ich würde sagen, wir gehen schon mal in unser Worf hier rein Ich suche hier kurz, nein Ich will die sonst nicht mehr Ich würde mir sonst halten, doch schicken Gut, da war einmal ist nicht wichtig Wo ist es vor mir? Dein Dichter nach hinten Aber wir nehmen gerade auf, also bitte nicht Stürm Wo bist du? Ich gehe immer hier in der Achtermalung vor, oder immer in der Achtermalung Wo ist hier das? Wo hier? Wo ist das? Wo hier ist das Gebühren Wenn auch die feste Richtung, gib mal den Controller her? Nein, gib mal den Controller her! Nein, gib mal den Controller her! Guck einfach mal hin Ich suche mal deine Schweden Ich hab's dachte, ich krieg's überlegen Hier sind die Worte Alle gehen auf die Brücke Und dann, dann überlegen Ich weiß jetzt nicht, wo die Brücke ist Ich weiß nicht, wo die Brücke ist Wie geht der? So Ähm, was sollen wir jetzt machen? Ähm, zum anderen Mal in Überlebensmodel spielen So, ich spiel mal Atme Spiel speichern Und speichern Und dann schreien wir Mal in Überlebensmodel Wie geht der? Ich spiel mal, ich spiel Was? Ich spiel mal, ich spiel Was? Ich spiel mal, ich spiel Offline weitermachen Was? Und die Controller? Nee Ich spiel nicht So Du wirst uns die Kontrolle her Was ist die Kontrolle? Papa? Ich hab mal Weg den neuen Controller Und mal mit diesem komischen Dingens Teil, mit dem hier, mit diesem Sofortdruckteil, hab ich das mal gemacht, so. Wir sind so gestart. Warte mal, Schneebel. Ach, scheiße, da ist Schneebel. Egal. Komm, wir gehen in das, komm, wir müssen in das Gegend. Hallo. Wieso denn, was sollen wir denn für Ramp verfallen? Ich hab die rechte Jacke rum, ob die Papier rum. Noah, aber das Jacke ist deine. Ja. Und das Lichter rum. Was machst du mit deinem Umgerät, Dominik? Das hab ich jetzt gerade erfahren. Das ist dann auch in der Seine. Du hast mich überhaupt nicht gefragt, Dominik. Ja, aber direkt so weit. Ich kann in fünf Sekunden alles machen. Dann machen wir wieder an. Das hast du doch vergessen. Ich hab noch nicht vergessen. Das ist sauerrechtlich. Das ist nicht lang. Das ist mir auch sauer. Noah, komm, du musst in das andere Ruhe gehen. Das ist täglich. Ja, weiß ich. Dann kann das Gerät doch wieder abziehen, dann ist es wieder erledigt. Wo bist du auch da? Ach, du hast einen Bogen? Oh, das ist ja unten. Was ist denn los? Ist doch meine. Nein, du musst in das andere. Wir sollen ja das so zerstören. So viel, so gut zerstören wie möglich. Schau mal runter. Doch, meine. Nein, du musst auf das andere. Was machst du schon? Wir sollen ja das Gegner rücken. So gut zerstören wie möglich. Erstmal auf den Gegner. Ich bin drüben. Ich bin drüben. Ich bin drüben. Gibt's hier Eingang? Ich glaube, ich bin drüben. Oh, ich fall einfach runter. Oh, da ist ein Diablog. Da werde ich noch spüren. Oh, ich hab was gedacht. Ich bin drüben. Oh, ich bin drüben. Oh, ich bin drüben. Ah, nee. Wir dürfen da noch nicht sprechen. Ja. Geht ihr was zu? Ja. Geht ihr jetzt wieder zu? Geht ihr jetzt wieder zu? Was macht die Kuh hier drin, hä? Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Scheiße. Scheiße. Ich bin drüben. Danke. Scheiße. Wo ist das? Ich habe heute keine Wertpiste gefunden. Das lang war wieder. Was? Alter. Oder ich geh hoch. Ach scheiße, ich hab ja gar keine... Ich hab gar keine Western-Fackel. Warum schau ich auch nicht? Ja, wieso? Das hat sogar sein so. Wie machst du das? Das ist immer schlau. Machst du das so? Ich hab deine... Ja, so und dann tue ich vorne da. Nur vorne. Voll verdeppert. So und... Machst du nicht abholen, würde ich sagen. Das ist mal ganz toll empfehlen. Ja. Ich sehe dich, ich kriege keinen Namen. Also... Hm... Ach, das ist noch etwas an. Und man stürzt, das fehlt jetzt auch. Also da hat der Automach schon gewonnen. Alles haben ruhig müssen, dass die Automach schon gewonnen. Alles haben ruhig müssen, dass die Automach schon gewonnen. Sie geht auch nicht mehr und sie geht auch nicht mehr. Sie gehen genauso wenig. Das ist ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Das ist ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Das ist ein Fisch, ein Fisch, ein Fisch. Das weiß schon wie verrückt man. Das soll ich jetzt nicht mehr zerstören. Ich hab das nicht mehr zerstört, man. Ja. Ähm, 2 drum. So. Das ist so zerstört. Aber das sind wir schon jetzt. Das ist das Spiel. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin fertig. Aber du hast natürlich auch nichts. Du musst ja nichts. Ich bin grad nicht mit meinem Klavier. Ich kann mal bei dir angucken. Ähm. Ähm. Also ich glaub nur mein... Hey, wo ist der Knopf? Ich hab doch den Knopf. Nein. Ach ja. Ich war's. Also der Beif ist so gar... Das ist von mir so gar nicht zerstört. Was? Ich seh, ich hörs gerade aber, dass der Knopf nicht zerstört. Was? 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 Geht nicht mehr. Ab hier. Das ist mein Reich. Was? 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 Ist PvP aus? Äh. Ist PvP aus? Äh. Ist PvP aus? Ist PvP aus? Ist PvP aus? Und dann? Was? Alter, was ist das nicht so cool? Hä? Ach so, ja. Das hab ich ja ausgemacht. Das ist nicht so cool. Oh, Mann. Was ist das? Du bist so ein Zepp. Du sollst die Absicht nicht ausgemacht, weil sonst wir wieder immer töten würden. Dann kommst du nicht mal hoch. Das Sinn des Spiels. Ja, das stimmt. Ich muss noch deinen zerstören. Er hat jetzt hier mal den Ball gebracht. Wie? Mann! Mann, du kennst das doch! Ich bin Juck! Hörst! Wie ist noch mal die Familie bei Kinn? Ähm. Keine Ahnung. also ich jetzt mal das mag hier für so fast so gar nichts verspürt man äh ich komm hier nicht mehr hoch ich glaub na ja, okay He weniger! Wenigstens hab ich den Kopf da nicht wieder. Betroffen, oder? Ich muss noch eins ein bisschen zerbomben! Wow, ihr lasst Wasser rein! Woher kommt's denn da? Boah bestätig aus den Atom! Wie? Und ihr kommt doch schon auf die Nerf nicht entnehmen? Nee. Wie kannst du nicht? Nee, hab er nicht. Wie viel weniger? Ich hab's ihm gesagt. Okay, fahre, fahre. Ich komme. Ich bin gar nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben. Komm jetzt mal kurz. Ich bin gar nicht gestorben. Du hast gar keine gestorben. Du solltest die Kanonen zerstören. Ich lasse alles aus dem Herd. Egal. Warte, ich helfe mal nach. Nee, um 8 Uhr zum Schluss. Ja, wir müssen das dein Ehe hochmachen. Tschüssi! Wir haben es endlich geschafft. Ich und Sprengmeister und Dominik sind endlich das erste Mal zusammengekommen. Haben wir uns hingekriegt? Ich hab die Hände zu machen. Ja, ich denke, ich denke, ich finde das ein bisschen zu verpassen. Ich habe die Hände zu machen. Ich spiele mal vorbereiten. Und wenn ich sie nochmal sein will. Ich habe die Hände zu machen. Ich werde nicht die Hände zu machen. Ja, das ist meine ich. Das ist meine Liege. L L L okay oder Pater Warte ich hab sie Warte, 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 ich komm ja, ich komm ja Ich will doch, ich will doch noch mal den Kaffeln dann warte, dann dann komm ich auf den Kopf und ich hab den hier viel drauf gebaut in hier drin kommt er da können wir aber nicht mehr hin da können wir nicht mehr in den Gang rein nein er kommt da oben hin und schluss am Ende ey warte noch nicht Noah wohin wohin siehst du, dass er sich ihr Höhle ich habe den Platz gemacht ich habe den Kabelstern-Generator ich habe den Kabelstern-Generator ich habe den Kabelstern-Generator ja genau 10 Meter ja 10 Meter du hast ja ja ich habe den Kabelstern-Generator das ist ein Dramat ich habe den Kabelstern-Generator ich habe den Kabelstern-Generator oder? Ist das denn netter? Ja. Was machst du denn hier unten drunter oder nicht? Ich hab ihn halt draufgestellt. Das müssen wir dir jetzt machen, sondern nicht. Und das kopieren. Und was kopieren? Das wird der Sprengmeister gleich zeigen. Sprengmeister, ja. Ich bin im Meter. Das hat ja du nicht schon mit dieser Frage. Das ist eigentlich nur mit der Frauenfläche. Und meine, guck mal. Das hier? Habe ich schon. Es ist nur das mit der Frauenfläche. Das ist das Frauenfläche. Ich gehöre jetzt mal mit der Fläche. Ich gehöre jetzt mal mit der Fläche an die Fläche nicht. Ja, warte mal. Ich kann doch mal aufschauen. Hä? Und die Fläche müssen die Fläche auch schon haben. Nein. Ja. 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 Dann lass dich erst mal. Ja. 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 das war dann immer ein Schirm ich hab genug Levin ich hab mal gar keinen Levin Schein nein kommt halt davon wenn man die Kohle abholt oder man so was Aaaaah Ach Gott Boah ich hab da irgendwas gespänt Komm, komm, komm. Was ist das hier? Domi, ich geh schlafen. Ey, ich geh jetzt in den Eltern schlafen. Mach das nicht! Wehe nur. Dann sauberst du meine Sachen auf. So, ich hab mein Elternschauffe. Dann geh ich wieder zurück. Das will ich nicht tun. Ich hab's in die Tüte. Ich glaub, mein Stöpfer war nicht. Bei der Sprengung. Das ist wirklich toll. Das ist immer irgendwas. Irgendeine Tüte. Soooool. Ey, da ist ein Schwein noch. Hä? Aber mit dem Schwein. So. Ich geh dahinter von mir. Ja, da runter. Da runter. Nicht da, du bist da da. Und jetzt bin ich fertig. Und da, also ne. Ich geh auch schmerzverkloppern. Ich geh mal schmerzverkloppern. Schmerzverkloppern. Ja, hör mal auf. Ja. Wo geht's denn jetzt zum Leuchten? Ja. Von ganz großem, wenn ich dann hochgehe. Muss er auch hochgehen. Ausgut an die Zeit. Ich weiß, Kanina muss ja nicht was rausgehen. Und es ist so schön gemacht. Und ich. Ich hab's mit meinem Gang. Ja. Ich hab's mit meinem Gang. Ja. Wo ist denn jetzt? Ja. Ey, Dominik. Hä? Wo kommt denn das Ding da hin? Warte. Die kommt dann irgendwo an. Hä? Die kommt dann irgendwo an. Und wo weißt du denn? Doch. Ich weiß wo. Kann ich dir nicht sagen. Echt? Komm ich dir nicht sagen. Die sieht so sehr aus. Wo ist denn die da? Da oben ist ja. Ey, hör auf. Wie lang ist immer schon auf? Acht Minuten. Halt's Maul. Man hört dann die Maulüben. Ach komm da Maulüben. Ach komm da Maulüben. Ich muss davon alles wieder ins Sex bekommen. Hahaha. Du glaubst du da. Nee, was? Oh Gott. Ich hab's raun. Nein. Hm. 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 Scheiße. Scheiße. Du sitzt jetzt raus wohl, aber. Hahaha. Ich soll jetzt abprobieren. Mach doch. Mach Angst vor mir. Leid, Anni. Alter. Ja. Ja. Machampel. Na. Ohh. Ja. 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 die die vor kreis 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 aber die Hohenlose die Hohenlose Held kommt darauf kämpfen ja Nein die Kämpfe nicht darauf ich baue das jetzt wieder weg hier und ich freue mich auf dem Spiel rauswerfen ja okay ich baue ja schon zu weil ich den hab ich mach du so die erste Lavation weg Scheiße mein Ding ist alle ich brauche äh stein und dann kannst du lassen was Scheiße wie du gebraucht hast wieso kann man die Latte Kappelstau in der Latte du bist grad unten am Kappelgenerator nein nicht doch besser und 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 ja ja ich weiß ja wo Wasser ist ich versuche hier das wegzumachen auch meine Kussure schon fast ganz kaputt weil er meine ist oh ich hab auch die Hände auf wo hast denn den hin der ist kaputt der ist kaputt müssen wir mal neun kraften und er hat doch keine Dürfen wir haben genug Dürfen ja 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 echt sieht doch gut aus ja 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 ich muss aber das Licht machen ich muss aber das Licht machen ah ah du bist denn so hier hinten bei der Lava hier hinten bei der Lava da weiß ich scheiße der ist doch schon sterben ach das scheiße ne du Schwan ey willst du mich jetzt töten? ja komm her komm her komm ruhig her komm her mach dir hier ja keine Rücken mal Scheiße Scheiße warum krieg ich da nicht oh Scheiße Hallo also das ähm das ist schon lustig lass mich jetzt mal Oh Mann, warte mal! Oh Mann, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh Mann, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was ist er? Ich habe eine Gute, die Möbel. Ich fange's mal. Hier ist Wasser. ever bestseller Oh Mann, ja. Ich hab doch schon genug Ideen dafür! Oh, der ist so! Mann! Der kann nichts tun und lassen! Oh, Kabel! Tja, ich hab falsch verstanden, ich hab keinen Kakter! Ich hab keinen Kakter hier noch! Ja, das ist schön! Das ist so! Das ist so! Das ist so! Das ist so! Na und? Ach du warst das auch immer! Ja, ich tu das ja auch halt! Ich will jetzt sehen, dass wir überhaupt schon wieder verbrechen lassen! Also, das wird die nicht so auch trivial! Ja, das ist halt die Koppelstunde! Mach jetzt das Scheiß... Mach jetzt die Scheiße weg! Okay, wie soll das Scheiß Wasser weg? Ach, okay! Mach doch klar! Ja, ich hab kein Wasser weg! Schau! Schau! Mann, der ganze Baum... Und der ganze Wald brennt ab! Was? Ja, guck doch mal hoch! Oh! 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 Wer holt denn das aus dem Wald? Ah, nee! Oder speichern kleiner? Nein! Mit speichern! Es kann man sich einfach nicht machen... Oh! Ich Cynthia! Ihr könnt wegen vielleicht hier bleiben! Au! Ma, du fettes Kind! Entschuldigung, ich wollte den Baum treffen! Ich wollte den Baum treffen... Au! Ey! Ey! Dunkel, dunkel! Jetzt hab ich den Helden auch verloren! Na ja, ich sterb jetzt! Endlich! Ich hab ein bisschen was eingesammelt. Kannst du mal hergucken. Die Sachen sind Verbranntungen. Nein, guck doch. Oh Gott. Sollen wir jetzt besser drauf. Was ich eigentlich machen wollte? War ja theoretisch. Mein Schwerdverzauber. Und sogar das Glowstone. Was denn für ein Glowstone? Das hab ich auch gegangen mit Kluge. Aber ich hab was gemacht. Ich bin hier unten. Hier, Obsidian. Wollt ihr mal dein ganzes Volk? Habt ihr das wieder? Was? Ja. Hab's mir noch mal angekündigt. Und also... Was machst du? Ich hab's mir mal meine Scherze oder was verkauft. Ich hab's mir mal meine Scherze oder was verkauft. Ich hab's mir nicht gehört, glaub ich. Ich hab's mir gehört. Ich hab's mir gehört. Ich hab's mir gehört. Wo ist denn der Verbrauch? Das ist so schön. Weiß ich, was ist es mir. Denkst du ich? Ich hab's mir gehört. Ich hab's mir gehört. Ich hab's mir gehört. dann kann ich mir auch noch was entschuldigen Nö ich entschuldige doch nicht ich mach jetzt nur Rache mit ganz großen Rache Hey du hast mich doch schon immer getötet Na und? Das frechst du nicht mehr Was machst du? Was hast du hier hingefchlagen? Was hab ich denn vorhin gesagt? Oh du dumm Bestkind Was hab ich vorhin gesagt? Du hast jetzt alles von der Cobblestone gemacht Was denkst du warum? Wir brauchen die Cobblestone nicht Wir haben 10.000 Stecks davon Das Kabel hab ich geschlossen um die Arbeit zu machen Du musst einfach Wasser hinmachen Weil ich kein Wasser hatte vielleicht Das mach ich ja will Schlimm Da wirst du nicht helfen Schlimm Ich bin Wenn du das einfach einmal sagst hast du ausfliegen gesagt Aaaaaaah Da ist der lange Kamm Oh wo führt der überhaupt hin hin? Der lange Kamm? Einfach runter in die Erde Hallo Ja das war klappen Ich brauche nur eine's raus, damit ich dich nicht störe Nein mal kurz alleauf nicht doch das ist eine Höhle er hat die beste Höhle ich hab schon mal Sprutmining gemacht ich hab mir jedes Mal ein Channel ein ja, ich wollte ihn weiter ja, da war man hier ey, ja, ich war hier doch schon hin, Mann ey, mein Schwert ist jetzt nicht gut sag mal bitte auch ich wollte das nicht weiter du brauchst die eine Seite du brauchst die eine Seite und die erste war mal als letztes ja oh, ich bin schon draußen ich wollte es krass sagen ich wollte es krass sagen ich wollte es echt krass sagen ich wollte es krass sagen ich hab gesmeakt der hat mich geschubst ich, du bist da selber hochgefallen ich hab mir auch gefallen und er macht ich schwirr nicht ich hab den Trinkopf da runter ich hab den Trinkopf da runter warte, ich baue mich hoch du hast irgendwelche Erste hier für mich hier ist Cola und hier ist auch Cola ich baue hier ab ja, tu mal in der Höhle ruf vor das ist doch die Höhen du meintest ja, die haben wir doch 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 ich fahre halt Level hier suche, mach suche Oma du suche Oma du musst gerade mal machen wir müssen mal unter die Lava zu gucken oder so auch die ich habe keine ich brauche die auf jeden Fall ich brauche die hier komm schon sogar rum hast du eigentlich Kohl als erste da habe ich jetzt ganz viel Kohle und hier ist auch Kohlen ich mach auf die andere Richtung ich weiß gar nicht, wieso ich immer Fackeln dabei hab. Immer hab ich Fackeln dabei. Ich brauch mich dann hoch und ich komm nicht nach dem Haus an oder so. Und nicht ganz hoch bauen, sondern einfach nur den Garten. Das geht. Aber hier gibt's ja recht leicht. Ich hab nur 5 Sekunden, das ist ja schlimm. Ich hab nur 5 Sekunden, das ist ja schlimm. Ich bin wie in der Höhle. Ich müsste mal irgendwas rauswerfen. Ich bin bei meinem Obsidian-Stein. Ich bin auch in der Höhle. Ich bin bei meinem Obsidian-Stein. Ich glaub nicht, was für die Seite ist. Ich hab keinen Ausgang gefunden. Ich glaub mal, ob sie die Hand schnappt. Ich hab keinen Ausgang gefunden. Ich glaub mal, ob sie die Hand schnappt. Ich hab keinen Ausgang gefunden. Ich glaub mal, ob sie die Hand schnappt. Die Hand schnappt. Wie ist das denn? Hier. Schau mal, da. ich habe einen hier vor allem schicken weil ich kann sie ja ich mache es wird machen weil ich immer noch kohle ist nach ich würde auch gerne schlafen gehen ich bin gleich über Level 7, 8 und ich hab's ne Zeile mit dem Ding entschaltet. Da ist was, da ist was drin. Vielleicht laber. Bin du da wo ich bin? Nein, nein, ich bin nicht da wo du bist. Natürlich, ich hab doch dein Ding gefunden. Ne, hat sich gebunden. Hier, Achtung! Ah! Hiiiiit! Komm mit! Ich weiß, wo's schneller raus geht. Ich hab' nicht hoch! Komm mit, hier geht's schneller raus. Ich hab' in der Höhle, wo ich bin. Ja, mach' ich nicht. Wir müssen jetzt da hoch, wie du als Erste. Oh, ach ja! Komm! Und dann hochbauen! Und dann hochbauen! Ich hab' nur drei! Ich hab' nur drei! Ich hab' nur drei! Ich hab' schon multi-player als echt, wenn du. Ohhhh! Oh, was? Tschüssi! Oh, jetzt kommt es da! Geil! Ja, jetzt konnte ich die mal als Änderling. Ich hab' nur... Puh! Ey, was muss ich da machen? Ich muss mein Invental lernen! Ich hab' echt Probleme! Puh, Alter! Schocken wir da noch was hin? Ne? Wenn du das hier hochgehst, dann ist das immer gut. Oh, du bist schon fast da! Und die kann man dafür umbringen! Oh Gott! 23! Und dann sind wir mal ein Level! Ich hab' 35 und kein 17, leider nicht! Was? Wir nehmen schon voll lange auf, aber wir können uns ja mal aufnehmen! Ich bin klar! Ich würde noch schlafen, aber ich hab' jetzt keinen Bock! Ich hab' jetzt einen Kopfhörig! Ich krieg' mein Invental! Ich krieg' mein Invental! Wir müssen's machen! Dasselbe! Äh-h-h! Was macht du mein Invental? Ha, ey! Was mach' ich denn noch? 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 Alter, du... Ich lass dich, ich lass dich, hör auf dich! Hör auf dich, ich hab noch... Kill Leben! Kill Leben! Was ist das? Kill? Okay! Nein, nein, bitte nicht! Ich hab nur noch mal Leben! Du hast Kill Leben gesagt! Ich hab Kill Leben gesagt, ja, aber ich mein... Kill deine Leben! Nein! Hör doch mal auf! Nicht in die Nähte! Nein, ich will doch nicht in die Nähte! Du hast doch volle Herz, weißt du? Alter, nein, glaub doch mal! Doch, du bist hier, Schatz, so gut! Ja, ich wollte ja, dass du mehr was in Chant bist! Dann geh doch in Chant, ne! Ich hab doch keine... Ich hab keine Level, die... Ach, echt? Du, Kohle ist was auch voll! Ja, genau, Kohle ist das Beste, was du mit Levels machen willst! Ach, was? Ähm, Stein hat aber nicht rausgenommen, und dann... Ah, du bist so noch sailing! Ja, Schla study, Schlauchte stein! Was ist das sohao-chein? Spau-chein, Schlauchte stein! Ach, was ist das so pigeons? Schlauchte stein! Kees... Schlauchte stein... Einen evidence? So, ich hab 32 i seores so steer! Das colour tree! gleich... Lieferak? Was gehen denn da? Das ist Erde. Äh, Erde. Da hab ich wieder um die Platzeninventar, so, weil die Halbustunde rum ist. Warte, ich mach nur noch schnell die Rüstung fertig für alles. Ja, mach mir keiner mal den Helm. Ich hab für alle... Mach für mich nur immer den Helm. Ich geh mal der Rüstung in Charity. Ja, ein Schand ist für mich bitte mein Schwert, den ich ziehe. Du musst auch mal selber machen. Ich kann ja auch alles für dich machen. Nee. Du kannst die ersten mal ausziehen. Machst du mir bitte keine ganze neue Rüstung? So, bitte mach. Kannst du mir keine ganze neue Rüstung machen? Ich geb dir meine alte Verschreibung. Oh, jetzt nicht Dominik. Dominik, hier liegt auf der Werkbank. Auf der Werkbank oben. Hier. Ich geb dir kleine Schuhe, Rose, eine Brustplatte. Hast du Brustplatte? Nein. Gib mir mal eine Brustplatte. Und den Helm. Da? Äh, wo ist man denn? So, Brustplatte. So, Brustplatte. Und den Helm. So, Brustplatte. Und den Helm. Dann gib mir mal ein Papier. Doch, du hast Helme gemacht. Oben. Oben. Jetzt, oben. Da? Oh, das ist so schwerguckig. Guckst du einfach jetzt raus? Raus auf dem? Ja. Oh, das ist toll. Ha, 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 ha. Hach, ha, 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 ha. Hach, ha, 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 ha? Garni, ich hab nicht so gehört. So, guckst du irgendwie anders? Ich hab einen. Wo ist jetzt eine Kabel? Wenn ich... Who ist denn? Ich hab noch nie. Ich hab noch und alles richtig. Geht wieder. Ich hab noch und einen Cheese raus. Ich hab noch ein bisschen was für dich, ich hab noch was für dich, was denn? Oh, bitte, ne? Doch, warte, wir gucken. Ich hab doch. Ich hab was für dich noch. Mach Sinnbuch. Ach so. Nein, mein Inventar ist doch voll. Geh mal ein Inventar. Ja, warte. Geh mal ein Inventar. Mach die Diamanten wieder rein. Die Diamanten wieder rein. Sag mal, hast du die vier Diamanten aus der... Steht. Ach auch, 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 auch. Ja. So, ich will dann mal in Schatten gehen. Hast du mit in Schatten? Ich hab keine Leber. So, und? Mal gucken. Ich kann mir dort in Schatten zu sehen. Das ist mir so. Ich hab mir dir mein Schwert. Ich muss erst mal meine Umzung ausziehen. Und wieder, du schlechst mich jetzt, dann gibst du zu. So, was willst du? Ich bin oben bei den Turmen, wo die Steine sind. Ich bin oben bei den Turmen, wo die Steine sind. Schutzt, alle. Mhm. Federt, ne? Achso. Wir haben mal ein Schöne. Das Feld abbauen, weil wir brauchen uns nämlich nicht mehr, weil wir haben ja noch Feld. Domi, ich baue hier das Feld... Domi, ich baue hier mal das Feld ab. Nein, das brauchen wir noch! Okay. Warte. Ich hab' ein Level, oh Gott, ich hab' entscheidet. Ich hab' gar nichts, ich hab' voll. Ich hab' ein Level noch! Weil ich mir die ganzen Rüstungsfeld entschadet hab. Ich hab' ein Level. Ich hab' ein Level. Ich hab' was mehr als du. Naja. Entschuldigung? Ich hab' mir da irgendein Problem gemacht. Ich hab' den Schaden. Ach, ich hab' ein bisschen ja. Ich hab' ein bisschen ja. Ich hab' dann wieder hier. Ich hab' dann wieder geholfen. Es geht schon 34 Minuten. Wir haben schon nämlich überzogen. Wir haben schon nämlich überzogen. Ja, du kannst ja nochmal 5 spielen. Oder ich zeig dir ein Business 5. Ja, dann können wir mal aufsuchen. Ja. Naja, wir hören nicht. Wir können ja noch weiter mit dem Multiplayer weiterspielen. Ähm. Na, jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich will ja nicht nochmal für die ein und raus machen. So, was wollte ich denn überhaupt machen? Ich will ja nicht. Ich will ja nicht. Ich will ja nicht. Dann rede doch einfach mal. Du darfst kein Dioces hier undercover spielen. Ich bin auch alle vorbereitet. Rede doch mal. Du kannst Minecraft-Demo spielen. Du bist ein bisschen. Mach. Ich mach mir ganz viele Diaspärker. Oh ne, ey. Na, mach mir Tars voll, scheiße. Warte, ich komm auch frei. Ich hab hier ne Höhle. Ähm. Ähm. Ich mach mir noch mal ein Level. Ich gib dir noch. Mach mir noch mal. Oh. Ähm. So. Ich spiel ganz viele Schwester. Ich bin mir auch krach. Warte. Du hast doch einen. Ja. Wir treffen uns. Wie viele Dias haben wir noch? Dann lass mal 42. Ja. Was ist denn jetzt hier oben? Herr Lukas. Ich hab ihm gesagt, der sollte... Ja, warum sitzt der hier und guckt? Und ihr habt den ganzen Tag schon gespielt. Ich wollte ja mit ihm aufhören. Ja, das seh ich. Bis schon in dreiviertel Stunden geht er wieder los. Ich hab Noah gesagt. 30 Minuten noch. Und dann steht er... Oh, die haben wir in die Uhr. Ich mach tauschen. Lukas sollte ausspielen, ne? Noah ist tot, ja. Guckst du mir nicht. Mach ich die Kiste aus? Ja. Lass mich jetzt. Lukas war da, kannst du ja noch mit spielen. Na, ich spiel jetzt mit Lukas, ne? Ja, ich brauchst du nicht mit Lukas, sondern du. Ja, mit Noah. Nein. Du hast doch jetzt auch schon wieder mehr als genug. Ja, durch. Er spielt ja dann noch mal mit Noah. Er muss das jetzt irgendwo entgeteilt. Du sagst das Ganze jetzt rein. Ja, komm. Noah, ich hab dich übrigens grad getötet. Sag mal. Was? Hast du mir nicht gespeichert, dann bin ich gespeichert. Ich hab dich gespeichert. Ey, mein Controller. Tschüss. Bis gleich. Hier. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ja, es ist wieder ein WM-Special wie Kardis. Und diesmal spiel ich mit dem Sprengmeister. Ich hab dich mit dem Sprengmeister. Ja, es ist wieder ein WM-Special wie Kardis. Ja, es ist wieder ein WM-Special. Ich hab dich mit dem Sprengmeister. Ja, es ist wieder ein WM-Special. Ich hab das. Jetzt mach ich. Okay. Ich verbrauch dann die ganzen Diamanten zu meiner Rüstung. Also, ich hab das Schmesschen. Wir haben doch sehr viele Diamanten. Mach dir noch kleine neue Rüstung. Lukas kann sich erst mal das ganze Geld einsabeln. Auch. Rückstart. Start. 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 Mann! Willst du mal auf das Staat sehen? Guck mal, da steht ganz klein Staat. Ich denk, du bist doch gerade in der Schule. Du bist gespawnt, sehe ich irgendwo. Aber du bist nah, du bist nah. Ja, du spawst alle. Gibt dir also das ganze Zeug von der Küche? Ah, ein Ding! So, ich mach mal eine Räufzung und ich geb dir eine Kiste in mein Haus. Ach! So, jetzt mach ich das jetzt. Hey, und dann mach ich lieber ein Ding, ich brauche ja nichts zu Hause. Und dann mach ich irgendwie ja eigentlich so zu Hause. Und dann mach ich einfach die Räufzung an! Dann mach ich mal eine Räufzung! Du kommst voll mein Bleu! So, dann... Du kommst voll! Dann lasst du dir jetzt einfach die Räufzung an. Weißt du in die Räufstau ein? Du kommst voll! ... bist du wohl... Ich will einen ganz neuen Teil und sehe alte Teile. So, den Rest müsstest du eigentlich schon verkürzen. Jetzt mach dir mal ne neue Rüstung. Nöten Tag, Nöten Tag. Meine Tim, der da. Was machst du denn? Und du mal auf Lukas achten. Hochspring ist A. Und B ist... Du kannst tun dir so wenighaft, wir meinen das wirklich ernst. Du musst das auch mal lernen. B ist Zeug wegschmeißen, das ist abgauen, das ist ein Schienbaum. Und Lukas' Tims ist noch schwerer. Ja. Und da ist der Arzt, aber... Okay. Ja. Dann ist das Schwein. Lukas, komm mal her. Ich will das nicht nur was lang geht. Nein, du weißt nur was lang geht. Nein, du weißt nur was lang geht. Nein, weißt nur was auch eure Hülle ist. Äh, ne? Wollen Sie auch, wie überlegen wir uns noch früher auch funktioniert? Ne, wollen wir noch. Ja. Nein, du weißt auch, wie überlegen wir uns noch früher. Und das ist eigentlich immer, aber kann ich früher. Und wenn du auch schon... Ja. 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 Ich hab nicht mein Herz überleben lassen. Ja. Ich hab nicht mein Herz überleben lassen. Ja. Ja. Ich hab Lukas' in Kontrolle jetzt. Ja, nein, nein. Du mach dich. Du darfst in meinem Kinderzimmer schlafen, Lukas. Lukas, du brauchst einen Platz zum Schlafen, ich bitte dir meine Kinderzimmer an. Tür zu. Lukas, geh lieber in dein Haus. Ja genau, geh in dein Haus. Ach doch, vier Betten. Oh, guck mal, ein Gesicht. Schlage zu, Mensch. Junge, schlage zu. Ich bin in der Auto-Wäse. Na, bau dich raus. Obwohl, der hat dich... Ich bin ja kurz reingefallen. Na doch. Ja, bau dich hoch, springen und anbauen. Ja, genau so. Ich geh mal in dein Haus und vor. Ja, vor und vor. Köpfen. Köpfen und vor. Da geht man da nicht, dass du da bist. Da hinten, da hinten ist dein Haus, da hinten. Ja? Nein, da hinten. Stopp, stopp. Da. Stopp. 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 Oh, jetzt komm ich nicht mehr raus. Ich glaub, du Feuer kriegt ja. Ja, 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 ich bin. Irgendwie jetzt nicht. Jo, Lukas war die Hälfte Tente. Nee, lieber nicht. Da hinten ist das so toll. Der ist schon wie Yama. Der ist schon wie Yama. Obwohl, ich auch. Du sollst da hochgehen. Da ist ne Treppe, du. Das ist ein Robb-Doo. Du? Das ist ein Robb-Doo. Also, der will jetzt Lukas Haus sprengen. Du. So soll er. Ja, die Treppe hoch. So. Das bist du in dein Haus. Nicht rausgehen. Ah, da raus machst du nicht. Das sprengt dein Haus. Nein, das geht ja nicht. Doch, mach ich. Ja, das ist. Das ist dann. Und den anfackeln, ne? Weil der das Feuerzeug da an der Hand hat. Ja, ne? Weil der ist so größer. Kann man das auch schnell sehen? Ja, und fackel ihn an. Alter, wer so macht das? Oh, cool. Alter, wer so macht das? Ey, cool. Das muss ich auch machen. Ja, der hat ja auch kein Feuerzeug. Der hat meinen 64-Meter-Rack. Der ist jetzt draußen. Dreh dich um, dreh dich um. Dreh dich um. Was ist denn der Achter? Mein Dominik. Hau den da einfach mit deinem Schwert. Hau den, hau den, hau den da mit deinem Schwert. So, jetzt hab ich dein Haus eingesammt. Hau den da. Du gehst mich doch zu killen. Oh, hau den da. Er ist eingeschlafen. Hau den da. Du, du tust du irrsinnig! Ja und? Er weiß, ich kann ihn nicht mehr machen. Wieso nicht überleben, wenn du das macht? Ja, er will im Creative spielen. Nein, ich will nicht. Ja, kannst du spielen. Wenn du... Wenn er auch nicht spielen will, würde er... Nur einfach mit Blut und dann immer fünft. So. Ich spiel gerade nicht, ne? Nee, ich spiel gerade nicht. So, spiel. Ich spiel einfach gleich. So, wie lasst Lukas einfach. Nein, ich muss dir was umbringen. Na, dritte Kuhl. Kuhl. Okay, dann spring mir wieder Riss um. Wenn du darfst, mach. Und alle Sachen von Noah... Guck. Luka! Ey, Lukas, du weißt schon, das ist alles mit dem. Alter, ich komm nicht wo. Du musst ja auch schwimmen. B, äh, A. A gedrückt halten. Schlimmchen. Der ist jetzt viel zu weit vom Haus weg. So. Ja, Lukas. Da fehlt Fickeros. Hier. Der Nieder... Alles, was da leuchtet. Was irgendwie leuchtet. Gut, das kann man so sagen. Also, auch der Mond. Nein, welcher Mond? Der Mond. Der röpfelwurmige Mond. Und die röpfelwurmige Sonne, oder was? Ah, ich kann! So, ihr hießt noch bei dem, ähm, BM-Facial-Film 3. Und als ich so gelacht hab. Ja. Hey! Schlimm, aber. Voll lustig. Und schwimm. Schwimm, Lukas! Schwimm! Nicht verfolgen, Creeper! Ne, ne. Lukas, ich komm jetzt nach Hause und töte dich. Nein. Mach doch nichts. Der töte jetzt die Lava. Wenn, dann bringen. Ja, wo geht denn jetzt los? Lukas, komm doch einfach nach Hause. Schlaf doch erstmal. Mach dir so keinen Sinn bei dir. Robert! Boah! Ich komm mal zu dir raus. Ich komm mal zu dir raus. Kann man schneller? Ja. Bleib mal nach Hause. Du liebst dich dran. Ich bin so über... Ja. Ich bin so über... Ich rück mal da raus. So, jetzt kannst du schneller gehen. Ich komm mal zu dir. Ja. So, ja. Ja, hier. Ich hab nur Fackeln in der Hand. Ich hab die Idee dran. Ich hab die Idee dran. Was kommt? Was mit? Ne, wo bist du? Da. Du siehst den Namen. Ja, das ist wirklich so. Das ist cool bei Lukas. Da ist der Kopf. Die sind ja auch so. So, Lukas. Oh, was? Ich bin so... Moment, oder du kriegst mal aufs Maul. Ja! Kaule, Kaule. Kaule, Kaule. Kaule, Kaule. Kaule. Ich hab mich gerne die Bissse gut verloren versteckt. Wo? Meinst du im Pistenhaus? Nein. Wo wir? Nein. Hau den Lukas! Achso! Hört das was? Du hast dich gerade ausgezogen. Wo, 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 wo? Ente, du hast dich ausgezogen. Warum hast du dich ausgezogen? Nein! Nicht Lukas kill, Mann! Das hat er mit dem halben Leben überlegt. Los, kill das Schwein, wenn du Stress haben willst. Ich würde dann sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss! Tschüss! Ich bin ein bisschen... Warte, es ist nur nicht... Tschüss! So, es wurde beendet. Nein, eben noch nicht. Jetzt habe ich es beendet. Nein, eben noch nicht. Nein, eben noch nicht. Jetzt aber! Nein, 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 noch nicht. Heute hatte ich den Speichel nicht mehr. Mach du doch! Ich bin bereit, dass ich den Boden auf der Pflanzung bin. Das mache ich nicht gerne. Ey, das Video läuft noch! Echt? Ja! Tschüssi! Hier ist aber... Ja? So, hallo und herzlich willkommen zu... Ne, du wirst ja nicht enthalten. Ähm, let's play... Oder... Nein, ne... Entschuldigung. Auf abbrechen. Abbrechen! Abbrechen! Drück doch einfach A! So! So! Let's play! Alarm für Kupfer... Alter, ich fass, du in die Kass! Mal machen wir noch so gut! Mal machen wir auch so gut! Multi-Pair! Multi-Kulti-Pair! Das zwar einer, aber ich hab auch so aufgenommen! Ah! Ich will dann... Du weißt, wie's geht? Okay? Ja! Warum das nicht? Kann man das jetzt finden, als ich will spielen oder? Das kann doch nie, haben wir gesagt. Ich will jetzt... Endloser Autobahn... Du weißt, ich fahr erst mal... Musik-Van... Den... Ich hab auch als Einzugspieler gekriegt... Ja, ein Spieler... Jetzt... So! Wer ist wieder? Wir machen eine endlose Autobahn... Gute Stab gucken... Und ich brauch auch den sehen, das tut... So! Guck auch Stab... Ja! Ja! Nicht den... Gibt's den schnellen? Geh mal her! Gibt's der schnell? Ich geb den auch einen coolen! Schnell was? Agnes Wörterl... Ich brauche den, den wir manchmal haten. Benz, boah. Ist der schnell? Naja, du fährst jetzt definitiv versehen wir. Hallo, Sim. Wer geht's denn so? Wir fallen uns beide unsere schnelleren Autos. Ich bin oben, du bist unten. Ach, dann fahren wir. Ja, Applaus. A, ein Fahrrad. Und B ist nie tot. Wo bist du denn? Oh Gott. Starte auf mich. Ne, du kommst nicht. Doch, komm wir starten. Wir können nicht mehr. Wir starten noch mal. Nein, wir starten noch mal. Nein, nein, ich starte noch mal. So. Na, die Kamera. Oh Gott, der ist schnell auf mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Du, Kleider, Kleider. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nochmal. Nee. Doch. Es ist egal, wer erst das ist. Ich hab schon zwei Prozent und nur das Sitzendrückenschaden. Ja. Es war mehr Prozent Schaden als die Runde. Boah, ich hab zwar noch siebten. Ich kann nicht lenken. Brumm, brumm. Wo wollte ich mich fressen? Wir waren früher mal richtig Sauersfans. Obwohl, sie waren frisch immer noch. Wir warten auf den hübschen Teil. Noch zwei Jahre. Noch zwei Jahre. Nee, nur nach Ende. Nee, nur nach Ende. September 2015. Muss man ein bisschen hin. 2015. Ja, 2015. Aber wir müssen nicht heißen. Was? Wir müssen nicht heißen. Ah, nicht schon wieder. Wir müssen dann mal gucken, wie du aussehst und wie ich aussehe. Oh Gott. Warte mal, wir gehen den Kamera verstellen. Steuerkreuz oben. Ah, sorry. Brumm. Oh. Das hört cool aus. So sieht das aus. Warte. Wir fahren durch. Wuhuuu. Oh Gott. Yeah. Oh. Scheiße. Alter. Was? Was? Du bringst zwei Runden nach. Nein. Nee. Oh nee. Dazu lache ich nicht. Oh. Wer ist denn vor mir? Was ist denn feiner, du? Was ist denn das? Schade. Was ist denn total schade? Was ist denn total schade? Ich hab's nicht. Da haben wir alles wohl nicht beendet. Ich bin schon fertig. Schön, überräum ich doch. Wie will ich das machen? Ja, genau. Ich hoffe, dass du nicht schadekommst. Ach, wir haben die... Wir haben die... Lass mal... Lass mal dein Kontroner holen. Wir haben die Achtung, Klamm. Da bist du... Ja, ich... Ich... Ich hake mal kurz die Achtung. Hallo und herzlich willkommen zu WM Special. Socken und Potzen. Was hat man, Noah? Ich bin da. Das Ziel ist da. Und du gehst... Ah, rot. Das dauert man immer alle. Oh ja. Und außerdem wird es so sein, dass Sprengmeister nicht mehr als Spreng wird. Genau. Warte mal rum. Ähm... Weil seine Eltern... Naumarschpause. Ja. 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 Erzähl ich mal die Geschichte. Von Sprengmeister... Die Eltern... Haben... Fremder angerufen. Von dem Sprengmeister... Von dem Mann sagt. Ich meine... Von dem Mann sagt. Die Eltern... Von Sprengmeister... Haben gesagt... Ähm... Dass er keinen YouTube kann. Das heißt... Und das ist er auch nicht mehr mit Aufnehmen tut. Vielleicht tut er noch ab und zu nach... Das hier sein wird und bitte reden, aber... Spielen würde er jetzt nimmer. Spielen würde er auch nimmer und vielleicht von dem er aufnehmen würde. Nehmen wir aufnehmen würde man nimmer, aber das ist... Möglichst im Sinne... So... Ich meine... Spielen im Sinne von Aufnahme. Da knack ich und freu die mich rein. Mhm. Haha. Ich war eher... Irgendwie... Kommen wir damit mal einen anderen sagen? Ich geh einfach mal ran. Ja, hallo. Ja? compersio... Ja, das ist nur eine gare dieising... Ich geh einfach mal ran. Weiter ferrey. Auch mal ran sein. Komisches Kind. Was? Noa, ich würde sagen, wir tauschen mal die Wagen. Denkst du, wer kann einen? Wer der Mutti? Nein, okay. Ich habe mich gefragt, als wir mal im Bauzimmer haben, diese Sage mit dem Gürsturm und dem Skelett mit den beiden Sagen, habe ich gesagt, stimmt das wirklich? Und da hat sie gesagt, ähm... Ich habe... Gib mir mal den Controller, bitte. Da hat sie nämlich gerade gesagt, nein, ich hab nämlich Angst. Ja... Nochmal. Also, kleine Schwarzseile können echt werden. Naja, vor allem nur, wenn man das mal zählt. Du werst sehen, ich fahre den, jetzt fahren wir genau andersrum eigentlich. Ich fahre den Schwarzen. Ich fahre den Schwarzen. Ich fahre den Schwarzen. Ich fahre den Schwarzen. Nicht gegen Schwarze, aber... Die haben auch nicht gegen Schwarze. Ich fahre den Schwarzen. Naja... Oh mein Gott! Hallo! Ich bin der Erste! Was? Ich habe die kleine Magie rammelt. Ich habe keinen Radschaden, vor allem die es umgelegt. Boah, der hat gestoppt immer noch was rennen heute. Ja, ich dachte, das rennen wir heute. Das war fail gerade. Das war quasi sehr fail. Ich fahre den Schwarzen. 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 Ich bin gar nicht gegen... Doch, bist du. Wie meinst du? Ich hab... Scheiße Ecken, Mann! Es kann sein, dass manchmal noch das Telefon klingelt, weil meine Mutti heute Geburtstag ist. Daumen nach oben für meine Mutti. Ja! Ähm... Das ist so eine Scheiß! Glückliche! Ja, die ist so scheiße. AAAAAAAH! Das ist so heiß! Das ist so... Naja... Das ist so... Na so wöcherweise... Das ist voll fällt die Runde! Die ist aber auch werfen. Schlafharten. Schlafharten. Oh Gott, der ist voll komisch. Was? Bin ich hinter dir? Dann wird sie fast hinter dir. Naja, es gibt's doch. Ist egal, ist egal. Ich hab Spaß, ich hab Spaß. Manchmal hat die, das hat keiner gesehen. Die hat mich nicht gesehen. Ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Ich hab Spaß. Ich hab nicht gesehen. Oh, die Polizei. Hab ich nicht gesehen. Ich hab Spaß. Na, 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 na. Oh Gott. Oh, ich kann nicht denken. Oh, ich hab ja auch das aus dem Nitro. Aber er hat... Ich hab nicht gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Warte mal auf dich. Ich will endlich hier ankommen. Ja, das kann dauern. Bin ich erhofft. Ist das jetzt los? Oh Gott, ich hab nicht gesehen. Oh Gott, ich hab nicht gesehen. Oh Gott, ich hab nicht gesehen. Oh Gott, du bist ja schon da! Hey, ich bin doch immer nicht da. Ja. Nein! Obst du wirklich daher? Ich hab nicht gesehen. Kannst du diesen mal wieder auf den Jordan? Nee, ich brauche den nicht auf dich. Ich bin wirklich recht nah. Guck. Ach... Ich war wieder gleich abgekommen. Ich bin wirklich recht nah. Ich hab keine. NBU. Ja, ich auch... Irgendwie komisch. Noa hat schon 80 von. Ich hab alles abgeworfen. Ich bin in den Inden, wie ich deine Besserung möchte. Hm? Wie sich der Sehmeer bei dir am Auto fühlt. Geil! Wenn du da bist, dann so... Ach, egal! Nee, nee, das ist mir egal. Aber ich... weil... weil ich da weiterfahren kann. Der sagt ja das... Ach, nö. Ganz gechillt. Ich bin könnte für jeden Fall weg... Wecker abgebogen. Das passiert mir auch manchmal. Ich fang schenken. Ich fang schenken. Ich fang schenken. Hannes Bauer frischt in deinem Besen. Ich fang auch keinem Besen. Wieso hast du sonst was? Hast du sonst beinahe nicht gekennzeichnet? Und das ist so baldig. Ich fang schenken. Ich fang schenken. Aber ich geb andauernd unbefüßt. Bist du eigentlich? Ich dachte, ich würde sagen... Ah! Dauw! Wenn du... Entschuldigt zu sein Fonzetter haste einen total Charme. Kathrin Katrin. Komm mal, die kommen von außen an. Ups, salupp! Die Polizisten haben nicht dieses ist. Oh Gott, ich finde mir jetzt immer. wo bist du da bist du nein warte mal auf mich ich hab gewonnen nein 13 41 wie lange waren wir noch wie lange waren wir noch wie lange waren wir noch wie lange waren wie gar 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 ob die 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 ich Ich fahre jetzt mal so... Warte mal... Warte mal... Warte mal kurz... Lass mal... Ich, du? Noah! Mal gucken, wo das Tier ist... Obst du bis heute nicht gesehen? Da fliegt man! Nein, du bist aber! Mann! Bekanidruck! Warte mal kurz... Warte mal kurz... Warte mal kurz... Hau... Heu... So. Hast du mein Rauh? Kannst auch runter, ne? ja ja die Kunde ja 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 wie kann man Farbe machen steuern ja Warte, hier? Ich finde das hier krassig geil aus. Oh, hier ein bisschen hydrisch. Geil aus. Wow! Alter! Ey, der hat mich gerannt. Das war unzähl. Der hat mich gerannt. Ich gehe ab, ne? Okay, dann mit dem ab geht nicht. Du Lanken! Ey, guck mal, ich habe den steilsten Magen, ne? Von uns Bema. Trotzdem gewinnst du. Was heißt eigentlich das Rote? Der sollst du bremsen. Ahhhh! Lupsi-dupsi-pulli-dai. Hast mich nicht gezählt. Ich gehe gar nicht da. Jetzt bist du nämlich dumm dran. Wir fahren in der Kiesgrube. Und da... Er sagt... Mit seinem komischen Audi A8 und ich mit meiner Branche Cayenne. Ich bin aber trotzdem schneller. In der Schnelligkeit macht dir nichts aus. Wir machen ein bisschen offensichtlich aus. Wow! Die Strecke bin ich noch nicht gefahren. Und hier sieht man gern nichts. Schöne oder verliebt. Der hat bestimmt erst die erste Kratze. Eine... 8 Rote hat es eng kommen. Die getPointung. Da ist verfolging. Was kann ich denn hier? Scheiße. Ich habe erstmal mehr Toten. Hä? Tu ti tu tut tu... Ups, die Polizei habe ich nicht gesehen. Spaß. Ich bin ja gar nicht bei dir. Ich fahre einmal die falsche Strecke heute gegen Spül. Schön. Die ist übers Zell und da sieht man die nicht. Ich hab sie gesehen. Ich mein, du hast ihn gesehen. Ich hab Spaß, ich hab Spaß, ich hab Spaß. Warte mal auf mich. Komm, wir fahren noch Neues rein. Also nicht Neustarten, sondern ich... Du wartest? Ich komm zu dir? Nee. Doch. Ich bin fast ein stabilityer. Du findest von meinem sunshine, Aus ist das mitdern die applicantin. Wir stehen auf dem cannoten. Aber liebe Gerüter, liebe Gerüter, dressig ... Hehhh? Dib malherd dran ... Hehhh? Da kann ich malherd dran ... Ich gucke doch noch hier ... Entest du? Nein! Oh, jetzt. Ich hab mal gesagt... Karte, karte... Karte, karte, karte.... Ich hab's geh sehen... Karte, 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 karte! Guck an, ich hab's nicht auf die Karte. Ich hab's nicht geh sehen. Guck grad die ganze Zeit auf die Karte. Wie schmerzt du denn? Wie du mal hab' jetzt mehr und wird dann schade als du? Wir sind klein und... Alles richtig! Gummibärchen fressen! Hm? Komm, wir machen jetzt mal Autofahren. Dann müssen wir auf der Autobahn. Oder wo war denn das? Nee, aber das war nicht auf der Kiefer... Nee, aber wo war denn das, wo die Treppen dort waren? Nee, da gibt's keine Strecke hier. Wieso? Ich hab' ne Kohlenstrecke. Wir nehmen lange auf. Was denn? Alter, war das ein Lampo? Der schießt nur was an den Tisch. Ich dachte, Kurs erfüllt. Der hält kurz... M-m-m, der schießt so schnell für die Szene, ne? Sante, komm, wir nehmen, Benni. Das ist auch Kurs. Ich guck hier vorne. Boah! Ja, komm! Das ist auch noch ein paar Maschern. Und dann noch ein paar P developmental. Hau, wau, wau! Hab'n Pick-up-Ur hat uns schwacht vor mir. Guck Moderationsquote. Alter, ich komm nicht hinterher! Da gibt's dir voll Gas! Da denkst du du ne? Nee. Mein Weihnachten ist so für das Gebiet, wenn man hier nicht liegt, drinnen darf. Hey, wenn ich dich jetzt rammere, schon neun Prozent. Guck mal, wie sie aussieht, ey. Du hast die ersten neun Prozent Hunde und schon neun Prozent Schaden. Das wird dich gleich ändern, wenn ich hier am Steuer bin. Nochmal Pause, kurz. Komm mal aus, aber das ist natürlich du bist. Nein. Nein. Doch, weil du ja das Steuer bist. Nein. Auf der Autobahn bin ich nicht mehr schnell. Ah! Oh, Scheiße. Auf der Autobahn bin ich nicht mehr da. Du bist besser. Mach mal Pause vor. Wieso? Ich will gucken, wie lange deine Augen sind. Äh, egal. 23. 23 Minuten. Ich will gucken. 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 Äh, 45 nochmal, ja? Ja. Äh, da ist es. Ich will gucken. Ich will gucken. Ich bin noch nie bei dir. Ach, ich bin noch nie bei dir. Mach mal das ganze Ball los. Ich bin da und du bist da. Und ich bin da und du bist da. Ich bin noch nie bei dir. Aber in der Nachricht. Ich bin nicht nah. Doch, schon. W-M-M-M-E-R-A-B-M-E-R-A-B-E-R-A-B-E-R-A-B-E-R-A-B-E-R-A-B-E-R-A-B-E-R! Oh, ja, ja, ja. Das tut mir da. Lass mich noch nicht mehr da. W-M-E-R-A-B-E-R-A-B-E-R-A-B-E-R-A-B-E-R-A-B-E-R-A-B-E-R! Du bist da, nicht mehr da. Ich ba da den Entfernen, aber... Ich liest dir nichts mehr da. Hä, ich ba da. Die ist ja, nehm, ich ruhig. Das geht nicht mehr da. Grrrrrrrr! Noch jetzt mal ein Stein. Mann! Man, du Scheißkind! Du dumm und ich bin nicht... Nein... Ich find mein Kraft irgendwie viel besser! Warum nicht? Ich höre doch nichts mehr... Aber wir machen danach. Ich nehme meinen Kopf auf. Nein, klar. Nein, klar. Ah, 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 ah. Das ist zu viel Eingang. Ah, es kommt, es kommt. Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist. Es wird irgendwie... Aber die hat sich irgendwie alle denken. Der, der ist verwertes Denk, Dominik. Der, der ich bist du. Der, der ich bist du. Was ist denn das? Für ein Wort. Hier ist das wohl die Eisenbahn. Ach, ich stelle mich jetzt auf die Schiene an. Jetzt ist da eine Schiene. Oh, hat die Denkverkehr ausgestellt? Ja. Oh Gott. Obst die Polizei habe ich nicht gesehen? Oh Gott. Ey, das ist aber. Der wackelt ja ganz schön das Tränen weg. Guck mal auf mich. Oh je je. Oh Gott, das rüttelt ja immer noch. Warte mal auf mich. Rüttel, rüttel, rüttel. Ach, das ist ein Vogel. Guck, die Guck, die Guck, die Bully Zeit. Habe ich nicht gesehen. Du musst jetzt mal auf der Seite bleiben. Da rammst du da voll nicht rein. Auf der rechten. Ja, auf der. Ja. Ja, da, da, da. Ja, da, da, da. Ja, da, da. Ich war jetzt echt so langsam, da. Bumm, zieh. Mach mal den Gutsch. Ja, du musst das Bumm, zieh. Los, jetzt gib Gas. Oh, mein Auto. Nein. Du bist auf dem Busse gestanden, das ist ja auch noch. Domi geht, äh, geht du Nase, wenn ich mich zwischen Mann stehe. Nee. Das ist eine Elftrate. Das ist eine Elftrate. Oh, wow. Oh, wow. Oh, die, 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 die. Das war an, das? Ein Dolph. Hilfe an, das ist. Hilfe an, das ist. Hilfe an, das ist. Hilfe an, das ist. Ich hab mein Ausgewert. Didu, didu. Oh, hier ist schon wieder, die, die. Ich hab jetzt nie kurz daran gehen. Werden, wer die, 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 die kann. Wie kann... Wie kann man den Seren anmachen? Nix. What the fuck? Fuck. Oh, Gott. Alter! Jaaa! Jetzt denke ich. Der überholt mich als kann. Als kann. Als kann. Nein! Nein! Warum den kann man leuchten? Okay. Das war richtig. Das ist doch richtig geil. Das ist jemand für den Vorgang. Naja, Vorgänge. Ich fahre jetzt ohne Nitro gerade. Ich fahre jetzt ohne Nitro gerade. Ey! Oh Gott! Normal. Das war richtig cool. Jetzt hörst du mich mal hier an. Oh Gott! Boah! Was machst du? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab auch jetzt gerade irgendwas geflogen. Also cool vielleicht. Oh Mann! Ich fahre jetzt nochmal neu zu sagen. Nee! Ich fahre jetzt. Ich fahre jetzt. Ich fahre jetzt. Oh Gott! Oh Gott! Ich darf nicht leben. Wir sind auf einer Verfolgungsjagd. Wir sind auf einer Verfolgungsjagd. Wir sind auf einer Verfolgungsjagd. Nur die Polizei! Ja! Wir sind auf einer Verfolgungsjagd. Ey! Pass mal auf! Pass mal auf! Warte mal! Warte mal auf mich! Genau! Ich bin halt hier! Ich muss die Zeit verarzt werden! Ich bin voll in die Schwester! Oh mein Gott! Ich fahre jetzt! Ich fahre jetzt schnell, dass ich kann! Den nehmen wir noch raus! Geh mal! Ich kann's ja stehen nirgendwo! Geh mal! Ich wach! Nein! Hier, ich darf jetzt stehen! Du bist drüber! Da hast du jetzt recht um die Ecke! Jetzt bist du um die Ecke! Und da siehst du... Siehst du mich? Siehst du mich? Ja, nee! Da unten! Mama! Du Scheiße! Ich wollte die eigentlich rammen. Wolltest du ja auch. Ich wollte die ja eigentlich rammen, aber ich kannte mehr in dem Moment. Nochmal, ich wollte dich rammen. Ich baue die Kunde auf dich. Weil ich halt eher ein Büro bei süß. Warte, nur hier. Ja, hier. Au, au. Ey. Ups, die Polizei habe ich nicht gesehen. Warte, bitte. Warte, bitte. Warte, auf, ey. Scheiße, ich muss noch weg. Warte mal, ich bleib verständlich. Ich will dich mal wieder rammen. In Mana. Okay. Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit, ich bin bereit. Da, 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 da. Nein! BAM! Ich meine, mein Henk ist so verliebt. Ja, denkst du meine, ne? Ich glaube, die, die noch mal gekauft sind, oder? Nein! Ich bin bereit. Was denkst du? Herr Kallermann. Ich will nicht, was alles von euch Herr Kallermann heißt. Let's play his uncle. Let's play Kallermann. Let's play Kallermann. Neeeeeein! Boah! Nein! Jetzt aber auf jeden Fall. Ich bin fast gekommen. Ey! Ja, das ist wohl die Sektion. Bam! Oh, das ist Kinn. Ah! Ey! Folies! Von den Zaun rein! Na ja, Pech! Wie, wo hab ich da Pech? Na ja, wo hätte Pech haben. Nein! Back to the road? Back to the road? Back to the road? Back to the road? Back to the road. Was siehst du denn da auf Deutsch? Zurück to the... Hosen. Musste mal, musste mal vor. Dings fahren. Boah, die Kumpel ist das nicht. Back to the road. Bin ich! Zurück zur Rotte. Oh man, warte mal. 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 Komm, ich komm nicht noch mal. Die ist sehr cool, die Sprecher. Es ist voll leid. Weil die Farbe sich gar nicht so schlimm aussehen. Weil die Farbe sich gar nicht so schlimm aussehen. Ja, deswegen wollte ich die ja nochmal ran. Damit ich mir mehr Prozent Schaden krieg. Und sowas heißt es, wenn ein Blaulicht geht. Weil die Hilfe geht doch. Geht dein Blaulicht machen? Ja, weil es geht nicht. Einfach nicht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich will dich nochmal haben. Nee, ich will dich nicht. Superfarbe. 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 Nee. Lass mal. Lass mal. Mal hier. Aha. 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 Da bin ich genauso. Das war so gut. Da. 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 Soll er das Polizei behangen? Soll er das Polizei behangen? Aber der wo gut in der Straße ist, ist der schön schnell? Kannst du anhand der Straße kommen? Nee, aber warte mal. So, warte mal. Willst du den? Nee, das ist mein Canola. Willst du den haben? Äh, ist der auch schnell? Ja Alter, das ist ein Forscher. Nämlich den... Warte mal, warte mal. Das ist auch cool. Wir machen da Verfolgungsjagd. Doch? Nur du darfst kein Nitro nehmen. Doch? Ich darf nur nicht. Ja, komm. So, ich hab auch mal Blaulie auch. Ja. Nur du darfst Nitro nehmen. Haha. Du willst ja nicht da aufzubauen. Bumm. Kannst du helfen? Gott. Ja. Ja, das ist viel was mit dir. Mit dem Kamin. Da kann man euch gut schnell widerspielen. Ja. Ja. Ja, das war ein Sportwagen. Da sag ich nicht, fang da mal Dienstwagen. Ja. Stimmt. Hab ich hart Blaulicht? Jetzt fass mich nur Blaulicht an. Ey, Noah, du musst dich mal anhalten, du musst dich nicht hin. Und? Du kannst mich doch mal überholen. Scheiße. Der ist hinter mir. Ich bin der Papa. Aber ich rüße den... ... die Bälle. What the fuck? Die Polizei ist halt besser. Ups, die Polizei habe ich nicht gesehen. Wie böse. Sag mal nach, bin ich mal nicht böse. Ja. Ohohoho, ich hab mich auf den Kopf übergedreht. Oh nein! Warte mal, warte mal. Ja. Ja. Also, bist du... Warte mal. Warte mal. Ich bin auch totte. Ohohohoho. Wollte erinnern? Oh Gott. Ich bin... Ich bin... Oder bist du vor mir oder hinter mir? Nein, ich bin nicht. Du musst dich auch trennen, du bleibst hier. Na? Schön. Willst du mich rammen? Nein. Ich ramme das rammen. Man... Man rammt nie einen Polizisten. Was? Ich hab mich schon mal gewusst. No Polizisten darf im Dienstwagen haben. What the... Haha, jetzt passiert wieder was bei mir. Nein, ich bin einfach Kriegsburg. Was? Naja, das passiert mir auch immer. Jetzt hast du mal meinen Teil. Nein. Was für ein Teil. Ich werde wirklich einen Teil von dir haben. Kriegs klein in meinen Kopf. Die Hedel kommt dich. Schau doch. Bam. Nein. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Wartest du mal? Nee, du musst warten. Ich find's weiter. Warte du einfach mal. Okay. Boah. Nein. Alter, halt doch einfach die Hand dran. Ja. Bist du grad Kind vor mir? Halt doch mal an, ne? Wenn ich ihn nicht reinfahren soll. Nee, fahr mich doch an. Einmal darfst du Nitro benutzen. No, du musst stehen bleiben. Benutz doch mal Nitro. Ich bin doch auch stehen geblieben. Sonst kaffe ich den Controller. Ich bin doch ein A. Ja. Okay. Wir haben einen. Ich muss mal deine Glocken geschnitten sein. No. Ich bin nicht voll die Zeit sparen. Aber das kann ich nicht anders. Da ist er. Da ist er. Das war ich mir, Alter. Nein. Boah Gott. Das ist da. Das ist ohne die. Oh. Oh nein. Wie ist das ohne die? Nein. Das ist der vor mir. Bist du vor mir? Nein, überhaupt nicht. Na, warte mal. Das ist ja. Das ist ja treten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist er mir jetzt vor dir? Nein, aber halt. Ja. Ja. Ich bin 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 ja. Okay. Danach machen wir einfach mal den Autos auf. Die Autos. Dann lass ich dein Auto fahren. Ja. Und du mein. Wow. Du bist schon los. Ah. Das hab ich gerade gesehen. Nein, das hab ich von mir gesehen. Nein. Er macht den sehr Räder aus. Oh. 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 Du hast keine Tumpe, du hast keine Tumpe, du hast keine Tumpe. Ich hab keine Tumpe. Nein, überhaupt nicht, du willst dich ja lernen, aber ich? Der Tumpe ist nie alt! Alter! Du bist doch über mich rübergeflogen! Mit dem Lubin habe ich mich rübergeflogen. Ach, war instruktiv. 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 Baboom! Ich komm nicht mehr raus! Ich komm nicht mehr raus! Was ist das? Dann singen wir auch nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Du darfst nicht rum. Nee. Doch, sag. Wenn du nicht willst, wenn du nicht willst. Ich mach's gerade! Wo bist du denn? Bumm! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da bist du! Ah! Ah! Tschüss! Boah! Der findet perfekt! Sie ist doch an! Sie ist leid! Ah! Ja! 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 Ich weiß nicht, wo ich streng ist. Ich seh ja rein. Es ist sauber da. Wow! Wow! Ich hab fast keinen Schaden versprochen. Guck mal! Buh! Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Ja, oder? Den Platz noch nicht. Das bist du. Mach mal jetzt so weiter, oder? Jetzt? Hallo. Jau, so fertig zum Programm! Ich wollte grad rammen! Wie ist dieser Signal zu schreiben? Naja, das ist nicht so einfach mit dem, hier zu lenken. Das ist schon einfach. Ja, wir machen mal Monster Truck Ready! Nee! Nein! Ist es ja klar, die Föße zu ändern? Und es ist noch egal, das würde man jetzt auf den Bittestellen machen. Boah, ich bin die Föße zu sehen. Bumm! Einen Rennen machen wir dann noch. Dominik, einen Rennen machen wir dann noch. Ja, das ist die Monster Truck Ready zum Schluss. Boah! Ich bin die Föße zu sehen. Ich habe mich genau nicht umgetreten, was ich habe. Ich kann nicht! Wohl möglich! Biska! Wie ist die Föße zu sehen? 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 Warte mal! Warte mal! Ich ramme dich jetzt! War das schon einer richtigen Verfolgungsjagd? Ich muss nicht rammen und dann... Ich muss nicht rammen und dann... Ich weiß nicht, wo ich bin! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, wo ich bin... ... oder... Ich weiß nicht, wo ich bin! Ich bin schon an dir vorbei! Ich bin an dir vorbei, du! Ja, du nahm... Voll los los! jetzt bin ich jetzt bist du von mir entfüllend so, halt mich schnell vor die Bühne ja, da ist doch nicht lang, einfach nicht lang oh, ich bin einfach weiter das ist eigentlich auch so ein Thema oh, ich kann deine Sichtweite total schade kriegen für mich ist eigentlich auch so ein Thema, wenn man Kindle zählt als ähm so wie, wenn man 200 Player als Freunde hat und da war keine nein, das ist jetzt eigentlich auch so eine Sache für andere ähm, wenn sich die Eltern nicht erlauben da kann man, wenn man so ein bisschen größer ist kann man es alleine machen kann man es alleine machen ja das ist dann auch wieder so eine Sache, ob man es dann will aber ich glaube auch nicht, dass er das wollte ja 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 Also wir haben dann nur noch paar Minuten zu müssen. Jetzt steht die Bett hier hinten drauf. Hallo, wir werden auch geile Monster. Monster-Drunk-Ehrlich. Oh Gott! Haha! Ah, jetzt ist die Pfal-up. Wir haben die Pfal-up. Mein Toller Torf! Mein Toller Torf! Mein Toller Torf! Ich weiß doch, was war es denn? Dumm! Oh Gott! Das ist doch so gar... ...mussarisch! Schnauig! Schnauig! Oh Gott! Tolle Hunde! Oh Gott! ...schnauig! Das ist doch gar nicht! Das war die Kürtais! Das war meine Kühe, das war der Kerl! Ey! Cool Monster Trucker! Stau hoch für den Monster Truck! Scheiße! Oh Gott! Oh Mann! Kleines Zicken! Opa! Ich hab gestern zu dem geschrieben Opa und er hat zu dem geschrieben Du meintest schon Opa Nein, ich meinte Opa Opa, 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 Opa 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 Scheiße, wenn ich das jetzt verbrunkele, oder? Ach so, jetzt hier auch diesen Magua. Ja, sieht man. Das ist aber Spaß. Komm, mein Schneider. Kommt so ein Fummischweine zu schlafen. Kommt so ein Fummischweine zu schlafen. Sind Sie? Ja, Sie sind so krass. Sie sind so krass. Na, hast du Probleme? Ja, habe ich. Lass mich schreien, Lizzie rinnt, Lizzie rinnt! Wir nehmen gerade schon wieder auf. So, jetzt habe ich deinen Namen gesagt und dann habe ich geschlafen. Oh, nein, 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 nein. Das wird so ernst. Nein, ich entwischen alle meinen Namen. Das haben schon manchmal eine Leser. Ne, die Objektivität. Ja, wie so denn? Ja, wie so denn? Schau mal, ob jetzt ein Zombie-Signal wird auch angreifen. Nicht angreifen! Nicht angreifen! Ich bin hier rank ruhig. Da muss er einfach zu kommen. Da ist einer. Ich gehe jetzt rein, dort. Ich gehe jetzt in den Nieder. Ich gehe jetzt in den Nieder verschwinden. Was? Die Garten haben ja alles verbrochen. Warte! Da war gar nicht schlecht dran. Ja, hier war es. Wo ging sie hoch? Der Garten ist ganz schlecht. Wo ging sie hoch? Oh der Robert! Der werde die Gartenivide mit dem Ding auflaufen! Der Mensch muss einigung. Und dann ihn am Burada inisasventiven haben. Da ist er! Jetzt guck mich ihr unten. Ich habe in den Sup her. Wow, dir hinter mir ist der noch! Ich gehe wieder zurück! Ich gehe im Gerben habe Football-Prallis perります! Oh, das ist cool! Yeah! Ist doch cool, wenn nass ist! Wow! Ich bin jetzt grad voll in unser Loch geflohen! Kann ich hüpfen? Kann ich hüpfen? Wieso kann ich nicht hüpfen? Ah, jetzt. Ich muss hier irgendwie vorbeikommen in den Fernsehen. Wir haben grad voll in die Lette. Was geht denn hier? Was geht denn hier? Was geht denn hier? Los geht das! Portal ins Portal! In das Portal! Alter! Und jetzt müssen wir raus. Ich kann raus. Ich will offen haben, dass wir gerade nie einigen werden. Doch, netter schon. Na schon, aber nicht nach so viel. Jetzt geht es nicht. Es ist mir wirklich nicht so leid. Sind hier? Sind hier Kriper? Ja, ich krieg's nicht. Kriper muss halt essen! Ach so, ich kenne mich. Ach so, ich kenne mich. Ach so, ich kenne mich. Bitsch! 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 Ich kenne mich sociales! Da bin schenk. Und dann direkt hast ju Thank company. Geht das mich auf? In einer Kruge sie eigentlich? Ja genau. Eine Kruge hat irgendwie zu Wort aus. Ja! Nee, da ist ja alles gelöst. Ich konnte sich nicht. In einer Korpe? Warum nicht? Dann war es denn aufs Mikko. Minutenなく! Creeper Da ist es bei mir Da habe ich gerade einen Creeper gehört Da, später, später Eigentlich habe ich meine Creeper Ich habe ihn gesehen Ich habe ihn gesehen Hier ist ein Skelett Ja, das ist ein Skelett Ich habe auch gerade den Creeper gesehen Der Creeper ist in unserer Halle rum Den habe ich ja Der Creeper hat kaum was gestört Ja, Creeper ist in unserer Halle Wo hat denn der was gestört ist? In unserer Halle Ich gehe mal hier den Endlosen lang Und da vielleicht... Ah, ja Hier unten, hier unten können wir noch ein bisschen Ja, geben wir ihm noch ein bisschen heilen Die ist noch viel Spaß Ja Ich habe keinen Hunger Ich habe keinen Hunger Ich habe keinen Hunger Aber ich habe einen Daumen Der told Boer Ich habe auch einen Daumen Ich habe anderer Parlay Ich habe gerade einen Termin Jungs Warte! Ich hab ja... Ich glaub hier... Ah! Alles was ich gezielt habe, kannst du wegen mir einsammeln. Ich feuchte mal... Ich hab mir ja netter solche Kisten hingestellt. Ich geh jetzt in unser Haus. Oh, Gräper... Tja, die ist ein Gräper! Ja, die ist ein Gräper. Das ist ein Gräper. Das ist ein Gräper! Das war das Gräper! Das sind kleine Gräper. Was ist das Gräper? Das sind eine Gräper. Das sind die Gräper! Klamm-Faralina. Schwimmt auch nicht. Ach, hier meinst du in die Höhle. Da würde ich nicht verlegen. Ja, ich weiß. Aber da sind diese für Spinnen. Ich brauche nicht mehr. Ich lege aber lieber Zeit. Ich glaube, das war für uns schlau mit Schmied. Das war für uns in den Haken. Da sind wir. Da, ich habe eine Spinnen gewählt. Ich habe keine Spinnen. Hey, wer hat mich gerade genommen? Hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Hier, hier, hier. Ah! Hilfe! Okay, Erde macht da ganz schön viel kaputt. Aber Stein halt nicht. Stein macht mir nur das Milch kaputt. Diese viel kaputt sind noch nicht. Also, bei alten Blöcke wird er aufgehalten. Da wird er auch aufgehalten. Wird mir auch verhalten. Hast du ja? Komm, wir müssen weiterfahren. Ich gehe jetzt mal zu. 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 Ich gehe in meinen Ton kochen. Ich gehe in meinen Ton kochen. Also, ich? Nee, ich will jetzt meine Ton hier. Ich will meinen Dach mal nicht lernen. Ich gehe jetzt mal zu. Ich gehe jetzt mal zu. Ich bin jetzt mal zu. Mann, das sind die bescheiß Spinnen, ey. Ich weiß ja eh wo die Spinnen. Ich weiß ja eh wo die Spinnen. Weiß mal sehr. Die, wo das herausgefunden wurde ich auf dem Lied jetzt schon mal gemacht habe. ich habe PILZE ach ne komm, ne ich farm jetzt mal hier PILZE also, ich mache hier mal PILZE hin geschützt um zur Halle boah, helferin ich täte keine was denkst du? ich schau kann ich mal komm, du musst unbedingt mal in die Neto und den Scheiß Gas, das will ich ich komm ich hole mir okay, ja, okay aber Enchant, hast du Level, kannst du mir bitte kann ich mir bitte meinen Enchanten sind die ein Schwer? damit ich besser bin es noch nicht der Schmerz ich will dich schon mal neun Schwerz kannst du mir neun Schwerz? warte ich Gott, mir hat's gut getrennt ich hab mal in den Inventar, es gibt's mir mal ein Schwerz kann ich Enchanten dir nur Ich gebe dir mal ein Schwert. Wo bist du? Dein Schwert, Alex! Wo denn? Da, hinter dir! Kann ich mich aufsammeln? Ich gebe sie dafür, ein Laue einmal. Oh ja! So! Oder ein Laue einmal. Aber nicht damit! Nein, ich brauche nicht. Du sollst mir nur... Ich entscharte meins. Und jetzt würde ich hin. Ja. Wo bist du? Hier am entschartenden Fall. Hier. Hier runter, ne? Ganz hinten, bei unserem Feld. Ach ja. Ich mach mal ein Laue. Und? Schärfe, oder? Schärfe, oder? Schärfe, oder? Mach mal Schärfe, zwei bei mir. Kann ich ja nicht. Gib mir mal den Schlaf. Oder tu es sehr mal nicht. Ich gebe dir mal die ganze Erde hier. Erinnerung. Da hab ich keinen Platz mehr mit mir da. Das ist mal kein Schlaf. Wo bist du denn da? Ja. Auf Schärfe, eins. Hast du Schärfe, eins? Ja, Schärfe, eins. Ja. Ey, da leh! Warte, musst du mal ausprobieren? Dann noch ein Inventar nach. Dann ist das schon Schärfe. Ja. Wie ist man nämlich hier? Die Tür außen lassen einfach. Ach, geht er überhaupt nicht. Oh, geht nicht! Du musst in den Inventar, in den Inventar. Ich hab mir jetzt noch fast die Erde gemacht. Warte mal, die Tür zu machen. Jetzt geht er überhaupt nicht, glaube ich. Jetzt geht er überhaupt nicht. Ich geh erstmal auf den Schlaf. Ey, lock die Tür außen. Ich bin ja da. Ah, ey. Oh Gott. Ah, ey. Oh Gott. Wow. Waaaw. Oh. Ich guck mal hier wegen von mir scheint sich das. Ne, sind wir auch keine. Da in die Tür. Komm her. Komm her, mein Kling. Oh, fuck the fuck! Egal! ab aber ich habe es doch ganz gut wort er hat ja ich komme jetzt liegen dann kann ich habe es ja nicht weil ich bin ein bisschen Oh ja, alles brennt! Ich hab'n Feuerzeug! Also, ich hol' mal Wasser an. Warte! Komisch! Warte! Hilfe! Ich komm' auch mal ganz kurz mit nochmal hin. Ich entscharte mir mal auch noch mal kurz. Wie viel kostet ihn, äh... Wie viel kostet ihn, äh... Wie viel kostet ihn, äh... Wie viel... Nee, äh, äh... Schärfer? Das ist ja Zufall. Wo steht denn Schärfer? Sag'n wir mal. Sag'n wir mal. Ich weiß nicht, wo ein Level kriegt. Hä? Was ist das von entscharte? Ach so. Ja. Guck mal. Was ist das vonemisch? Ich hab' das von sistemisch geschaut. Ich hab' das von einfach nicht gemacht. Ich hab' das von kurz und es beglebt. Und dann einfach ich da. Ich hab' das von dem Zeitgeist. Ich hab' das von mir wie ein Mögel. Und dann mal ganz viel Mānochen. Ich hab' das von ihm gehabt. So, hat Jama mal gemacht, um Kalle zu ärgern. Ich bin mir jetzt mitgeschwungen. Das ist ja nur Wasser. Ich hab vor, dass da eine Führung ist. Ich hab gesagt, das war ein Biestig. Wow! Ja, das war ein Biestig. Hey, da war gerade ein Duck. Oh, was hab ich denn gemacht? Du hast den Kunden gehauen. What? Geh zurück! Ich hab mir doch mal einen Gang gebaut. Warte, ich geh mal den Gang. Hilfe! Was hab ich denn gemacht? Ich suche mich doch gar nicht. Ich würde einfach mal zurückkommen. Ich... ich will ja auch zurückkommen. Ich kann nicht jetzt so... Das ist schade! Kann man im Meter Wasser setzen? Nein! Das will ich aber eigentlich. Ich muss nicht hier wirklich im Meter Wasser setzen können. Schilte! Hilfe! Hilfe! Nein! Ich sterbe! Ha! Ich bin hier! Ich hab nur den Level! Scheiße! So! tot! �- Ha! 十 Wenn du deine Ohren wieder rumstellen, die trittet durch, ne? Dein Ohr trittet durch. Das ist cool. Komm los. Atmen. Meine Schuhe, äh ne, meine Hose. What? Haha! Das ist voll viel Gas. Ist das mein Enchanted, das Schwert, das ich hier in der Hand hab? Ja. Ah, schützt mich. Schützt mich wohl. What the hell? Ich mach was für meinen. Oh, Noah! Wupp, wupp, wupp. Ich darf nicht mal... Hilfe. Du bist dumm. Oh, das ist voll cool. Die greifen... hä, warte. Die Zommelschweine... Zieh dir erstmal deine Rüstung an. Hab ich schon. Die Zommelschweine-Pickmanns greifen sich doch gerade an. Also... Du hast die, glaub, zum ersten Mal gehauen. Den Gas hast du... Hast du den Gas schon mal angegriffen? Ja. Die verteidigen, ich glaub, ihre Bier. Ich hab paar Bier. Ey, hör mal auf! Lösch doch mal das Feuer an, statt es geht nicht. Sie bleiben. Ich will ja, ja, das Feuer wegmachen. Ich will ja, ja, das Feuer wegmachen. Ich will ja, ja, das Feuer wegmachen. Ich will ja nicht mehr. Dann hast du gesagt, ich lösch doch doch mal das Feuer... Warte, was ist denn hier? Wollen wir mal schnell... Ich hab mich grad voll abgewerbt. Alter, ich kann mir nicht mehr... Ich will die ganze Kugel versuchen mal abzudämmen. Kann man die abzudämmen? Boah, vor mir ist grad was explodiert! Los, los, los! Los, los! Was? Die ganze Bude brennt. Wo? Was? Da sind solche Slime... Und da kommt... Au, lass das weh! Au, 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 au! Au, 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 au! Ja, ich will doch lieber. Nein, nein, scheiße! Los, los, los! Los! Nicht reinbauen! Komm mit! Kann ich nicht auch wirklich nicht aufgehört werden. Wie komm ich jetzt nicht aufgehört? Wie komm ich denn? Wie komm ich denn? Wie komm ich zu dir? Ich komm nicht rein! Dann gehören wir uns jetzt trennen, der! Nee, was ist denn jetzt? Du bist jetzt bei der Lippelstunde. Oh man, nee, ich bin... Oh man, nee, ich bin... Alter... ich will nicht mehr dann doch Nein! Ich sterbe! Los! Geh weg! Jetzt alle da bleiben, alle da bleiben, wo du siehst. Mal such einfach wieder da, zurück nach Hause. Ich geh zurück nach Hause, ich geh zurück nach Hause. Ich bin hier gerade in irgendeinem Gang. Ich bin hier gerade in irgendeinem Gang. Nein, nein, geh einfach alle gängige durch. Okay. Geh mal schwimmen. Hier ist, ähm, dann... Türki. Wo bin ich? Du bist da, nicht? Ich bin in dem... Ah, go! Ah! 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 Schöner Heimer. Zeig deine Visitenkarte. Schön, schön. Ist das da drin? Du musst du mit dem Chat-Code hören. Ich auch, ich auch, ich auch. Jetzt komm auch zurück. Wir dürfen nur ein Filter, wenn wir gut ausrüstet werden. Wenn wir die Schärfe auf zwei haben. Das ist doch alles anders da. Gas greifen und so oder so an. Ich brauche uns jetzt mal drauf was größer. Ich geh mal auf den Leuchtturm. Was macht er? Die Batsch. Die Batsch. Die Batsch. Ich schau mir jetzt hier mal ein bisschen fest verschweigen. Ich geh noch mal kurz in den Leuchtturm. Bei uns macht ihn in unserem Haus. Das sind wir ja. Wir sind ja ziemlich mit Klappenschein. Da ist ja alles mit Klappenschein. Und da... Wird ja nicht Sachen los gemacht. Krummeln, krummeln, krummeln. Es geht in dieser Klappenschein. Nein, das geht nicht. Der Leuchtturm geht nicht. Ich hab grad den hier wie wird unten umgesteuert. Na und, das wäre jetzt nicht gelaufen. Hä? Das wäre jetzt gelaufen, das wäre jetzt gelaufen. Guck mal. Was ist denn? Was ist denn? Ich weiß nicht, die Änderung. Boah! Nein! Ah! 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 Wow! Alter, was macht... Ah! Hilfe! Hilfe! Ich sag doch, dass es nicht so gut wird. Aber im Nähter ist es nicht so gut. Aber so? Ja. Im Überlebenswert... Machen wir jetzt aus. Wir gehen nur in den Nähter. Wenn, ähm... Wenn wir nicht auf leicht oder irgendwas gestellt haben. Okay? Ja. Nein, so ein bisschen. Entschuldigung. Haben wir... Haben wir eine Worte? Ja, wir haben eine Worte. 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 Wir müssen uns nicht geben dann. Ist es nicht, chegar überhaupt? Wie ist es? Unsere Worte, oder was ist auf Erden, oder etwas? Du bist nämlich inmust�� in unserem Garten. Kabel, aber das macht immer immer ein Kabel... Wo ist mir das Kabel hin? Wo ist der Kabel hin? Die Handkabel in der... Ne, ich hab ja fast Kabel in den Kopf. Ich brauch eigentlich nur einen Knopf. Trühe Kupisten. Wieso eigentlich? Was macht der? Ich mach was ausprobieren. Das wird Tissi und was tun. Äh, was geht mir da? Ich hab doch Kabel. Wärts doch nicht. Wärts doch nicht. Woah, woah, woah. Ihr wart schon voll viele... ...schweine Zusterung. Was hab ich euch Pennern denn getan? Du wirst sterben. Hau einfach ab, Mann. Hau ab. Hau ab einfach. Ich werde nicht sterben. Ich will das zurück in meine Augen. Oh, 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 oh. Ich sterbe! Oh, du hast noch speichert. Du hast noch nicht speichert. Hast du... Alter, du hast grad gespeichert. Ich weiß nicht, was weiß ich. Du hättest auch... Beendest du nicht? Noch nicht beendet, das ist das YouTube. Wir werden nicht. 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 Tschüssi! Wir werden nicht. Wir werden nicht mehr, oder? Wir werden nicht mehr, oder? Wir werden nicht mehr, wenn es nicht mehr ist. Sagen immer noch mal, oder? Vielen Dank.